So, willkommen zurück, seid gegrüßt zu einem neuen Stream. Wir spielen Beidou Skates 3. Modi, sind wir jetzt dabei? Anwesend, ich hoffe ich bin hörbar, weil du mir nicht geantwortet hast. Ja, du bist hörbar. Schön, dann antworte ich mir gefälligst, wenn ich was sag. Ich war mir damit beschäftigt, den Steam zu starten, mit leichter Verspätung. Ach, Details. Dass das hier einen Kundenstart gibt. Modi, soll ich dir mal was erzählen? Ich habe, ich habe heute den halben Tag übertrieben, habe heute lange nach Kopfschmerztabletten gesucht, weil ich Kopfschmerzen hatte. Und habe die einfach, ich habe die einfach nicht gefunden. Ich habe die halbe Wohnung in den Kopf gestellt. Bei den anderen Medikamenten lagen die, ich habe die gesucht und gesucht. Du wirst nicht glauben, wo ich die letztendlich gefunden habe. Keine Ahnung. Kannst du mal raten? Bei der Schokolade? Ne, ich habe keinen Schokolade, ich esse keine Süßigkeiten mehr. Ah, gut. Dann fange ich jetzt auch wieder an. Das ist so krimpisch, den Spielstand lagen. Ja, aber die Tabletten-Schachtel lag auf den Werkzeugen, auf der Werkzeugverpackung, auf der Werkzeugkiste. Was, Werkzeuge? So hätte ich dich nicht eigentlich... Ja, das ist nicht viel, aber so ein kleines, so ein winziges, kleines, so ein Hammer und ein Schraubenzieher ist da drinnen und ein bisschen. Also wirklich so ein... Mehr als ich gedacht hätte. So ein ganz kleiner Bausatz, also was nötigst, um mal einen Nagel in die Wand zu schlagen. Aber ich habe festgestellt, ich habe keinen Nägel. Das ist deswegen, ich habe einen Nägel, aber die sind... Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Nägel habe, die sind... Ich kann dir nachher mal irgendwie in der Pause mal ein Foto davon schicken, die sind... Das sind so kleine... Damit kannst du kein Bild... Ich will das Bild aufhängen, was ich mir eingeraumt habe. Und habe da... Was ist das Bild? An diesen Bildern. Das Bild, was du mir geschickt hast, von Karnach. Ah, ist angekommen. Sieht es gut aus mit dem Blattgold? Ja, sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt halt nur einen weißen Rahmen dafür gekriegt und das ist halt so ein bisschen... Naja... Ich muss mal gucken, vielleicht kann man den Rahmen noch bearbeiten. Irgendwie nochmal ein bisschen bekritzeln. Bestimmt. Schwarz anmalen. Rahmen kriegst du ansonsten auch sehr viele in irgendwelchen Baumärkten, die haben immer eine Bilderabteilung. Ja, ich war extra bei einem Rahmen... Bei einem Rahmenhändler. Bei einem Rahmenhändler. Jetzt gibt es sogar ganz tatsächlich... Waren es wenigstens gute Rahmen oder waren es billige? Es gab... Es gab es auch teure Rahmen. Ich habe den billigsten gekauft, den ich gekriegt habe. Ich habe gesagt, komm, es ist mir jetzt kein... Ich will jetzt hier keinen... Ich will jetzt hier nicht für 60 Euro einen Rahmen haben, der irgendwie sonst wie veredelt. Ich will einen Holzrahmen haben, wo das Bild reinpasst. Ehrlich. Verstehst du? Ich wollte da nicht... Also mit Museumsglas und sonst was uns... Kann ich aber empfehlen. Das ist ziemlich gut. Aber sonst, was gab es da? Sachen also mit... Also mit Verzierung und sonst... Da hätte ich sonst was besorgen können, aber... Nee, ich wollte... Ich habe gesagt, komm, gib mir irgendwas. Ja, aber ich muss sagen, Museumsglas ist sein Gegenwert. Gut, ich habe den einen da noch geschickt. Jetzt kannst du mal auf ein paar Wurz zu spielen. Gut, dann spreche ich ganz kurz ab. Beziehungsweise warte kurz. Ich bin gerade am Umziehen, deshalb. So, statt mir mal als richtiges Spiel. Das Lager zu verräumen ist immer so nervig. Ich gehe noch mal kurz mit Karnach. Wir hatten jetzt zuletzt... Hey! ... ein bisschen... ... in so einem Intim-Moment. Ach ja. Karnach macht es... Karnach macht mir Sorgen. Und was Dämmen über eure Maschine gesagt hat. Wir müssen euch zurück nach Avengers bringen. Sonst geht sie hoch. Aber eure zweite Verbesserung... Ihr habt eure zweite Verbesserung erhalten. Wie fühlt es sich an? In unserer Beziehung? Punkt für Punkt. Ihr müsst vorerst im Lagerbleib weggehen. Ihr müsst vorerst im Lagerbleib bleiben. Ich habe ihn noch gewimst. Und jetzt... Am besten ein Argument, ja. Hör, ich bin niemals zurückgekommen. Wenn du sagst, ich könnte jetzt sterben oder ein tausend Jahre in der Hölle leben, würde ich wähle, jetzt raus zu gehen, mit meiner Freiheit in Takt. Hm. Ich erwarte nicht, niemanden das zu verstehen. Aber ich habe eine Hand gebeten, die die meisten Leute nicht haben, wie sie zu spielen spielen müssen. Das wäre nicht für immer. Ihr könnt einfach so lange zurückgehen, bis sie wieder eine Lösung gefunden haben. Dann entscheiden doch immer alles gemeinsam. Ich will, dass ihr lebt. Ich respektiere eure Entscheidung. Aha. Lass sie einfach sterben. Nee, ich will sie irgendwie... Oder einfach in kaltes Wasser legen. Ich will das Ende erreichen. Das wird das, was wir irgendwie dazu überredet kriegen. Ich will diese Zigarettenrauch-Szene am Ende haben, wo Karl nachher wehren, wo es geht. Du hörst, Damman. Es ist keine Lösung. Es ist Hölle oder Bust. Ich wähle Bust. Aber... Ich will jetzt nicht darüber reden. Sie will jetzt nicht drüber reden. Ich habe ein großes Geschenk gegeben. Ich kann die Leute, die ich liebe, für die erste Mal in einer Jahrzehnte. Und für die erste Mal in einer Jahrzehnte sind es Leute, die ich allgemein allgemein. Lass mich das genießen. Bitte. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein Bett im Lager weniger. Wir werden jede Nacht zusammen... Ich will wenigstens darüber nach, zurückzugehen, bevor es zu spät ist. Du kannst auch schön, ich spreche nicht mehr davon vorerst. Es ist so stur, das treibt mich in den Wahnsinn. Nichts. Vielen Dank für mich, aber... Schau, ich will nicht kämpfen. Das ist das gleiche Gegenteil von dem, was ich möchte jetzt machen. Wir beginnen. Hallo, ich bin Karlak. Und ich werde dich bemerken, wenn ich möchte. Wie geht's das? Aha. So, was nun? Jetzt haben wir hier einen... Wir haben den Kampf bevorstehen. Wollen wir uns in den direkt rein wahren? Wollen wir den tatsächlich... Wollen wir den jetzt schon machen? Wir können den jetzt machen oder wir gucken uns erstmal um und machen den später. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt das Ding mit Hellsinn an. Dann haben wir das, dann können wir den Kampf im Zweifel auch verlieren und verlieren nicht die ganze Quest. Okay, ist er überhaupt da? Naja, wir müssen halt jetzt erstmal diese Leier von dem... Mit dem habe ich schon geredet. Ja, ja, wir haben die Quest schon. Wir müssen jetzt nur das Musikinstrument von ihm finden. Okay, aber wie? Das ist beim Haus der Einung. Ich habe es doch ein bisschen im Kurs. Ja, wir müssen es auf der Karte markiert haben. Mhm. Ich sehe das Buch. Da gibt es... ...Strafe der Willen finden das Buch. Da haben wir eine Quest und rettet die Tieflinge. Mehr haben wir gerade nicht als Quests markiert. Und die Moonrise-Thorus sind wir als Quest markiert und... Und das Buch von dem... Ach, im Moment, vielleicht hast du den Check nicht geschafft. Moment. Moment, Moment. Ich mach mal kurz den Dialog mit ihm nochmal. Ich hab ja den Check, den man machen... Machen musste. Ich glaub, Perception oder so. Wir haben ihn rausgefunden, wo das Ding ist oder was genau er tut. Oder braucht man einen Baden? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hörte mal zu. Wir haben ihn rausgefunden, in den Schäden. Wir haben ihn rausgefunden, nur... ...wanderend. Nichts, der da lange überlebt. Dann... Wenn du ihn kennst, wie du ihn durchführen kannst, nicht wunderschön. Bonus. Ja. Ich hätte gerne deine Geiles, wenn du mal rüberkommen würdest. Ja. Ja, das ist gut. Perfekt. Ja, wenn ich mal nötig gewesen. Das ist halt nötig. Vanilla. Vanilla. Das hat die Pee gemacht. Das hat die Pee gemacht. Oh ja. Nachforschung, das ist der relevante Wurf. Und den verdankst du? Natürlich. Ja, natürlich. Immer. Natürlich. Und wir haben keine Exploration mehr. Gut. So, jetzt nochmal versuchen. Das hat er wie immer. Wenn er macht, ist er nicht so sein. So, ich muss noch mal machen. So. Warne. Wir haben ihn noch vorgeschlagen. Ich habe gerade irgendwas. Und wir haben jetzt etwas. Und wir haben jetzt das, was wir brauchen, oder? Ja. Tagebuch aktualisiert. Ah, hier oben. Becker Arzt Kulak. Besuche das Haus der Heilung. Haus. Ganz genau, dann machen wir jetzt das Horst der Heilung. Dann darfst du den Doktor auch gerne in dem Selbstbord reden. Ich habe mal eine Schnellreise gemacht, das ist der Punkt dort. Oh ja, stimmt. Wir haben ihn ja schon halbwegs. Wir sind ja schon fast dort. So, Steinmetzgilde und dann... Steinmetzgilde könnten wir auch auf dem Weg mal abschließen. Und machen. Und das wäre ja nur dran rumgeschrampft. Ja, machen wir die Steinmetzgilde, das ist der Dungeon. So, du bist dort dann. Wurde ich nochmal durchs Zeug ausritten. Ja, ich wäre jetzt... Ist sie nicht da? Ah ja, sie ist auf der anderen Seite. Gut, alles klar. Mein Fehler. Die Goldene, die haben wir hier schon abgeschlachtet. Ich trage die im Zepter. Jetzt hoffe ich. Ja, ja, ich weiß es. Ich bin nur in die falsche Richtung gegangen. Alles gut. Ich komme. Andere Seite. Ja, ich gehe einen kleinen Umweg. Ich mache ja ein bisschen... Ich röne hier schon ein bisschen was von der Karte auf. Und ein bisschen... Alles klar. Ich komme von der anderen Seite. Ich komme hier. Äh, hier könnten Kämpfe sein. Das wäre ein bisschen... Ja, potenziell. Gut, wenn du mal herkommen würdest. Bist du in den Kampf geraten? Noch nicht, aber das wird gleich passieren. Ja, ich bin im Kampf. Wäre gut, wenn du mal dazu kommen würdest. Ja, ich gehe hin und ich schleiche einen Moment. So, hier ein paar Schatten. Ja, ja, ich schleiche kurz zu den Typen. So macht man das. Mhm. Eins bis sechs Energie schaden. Dann kann ich den neuen Knie ausprobieren. So müssen wir wieder ein bisschen näher ans Mikro kommen. Ja, Entschuldigung. Und ein Crit und dann... Ja, hauen wir noch einmal hier schon. Mit den Fäusten gegen. Schade, kein One-Shot. Dann würde ich mal sagen, niederstricken. Göttlich sind ja nicht mit dem Bewegungsrat. Fantastisch. Ich stehe direkt neben... Das finde ich auch an, weil du hast G3 irgendwie ein bisschen nervig. Du stehst da direkt neben dem Gegner. Aber die Reichweite reicht trotzdem nicht, um einen Nahkampfangriff zu machen. Also du bist halt schon noch ein Feld daneben. Und das ist halt... Du musst trotzdem mit Fall und Bogen schießen. Das ist halt ein Jahr. Ja, ist ganz normal. Du hast halt fünf Fuß Reichweite. Wenn es nicht innerhalb von fünf Fuß ist, dann brauchst du keinen Kampf. Dann stehst du halt einen halben Fuß daneben und du ist das dann... Oh, ach. Okay, das ist nicht gut. Hier gibt es übrigens noch irgendwie ein Rätsel mit den Knüpfen und dem Angus kann man dann noch... ...freischalten. Ja, ja. Ich hau mir mal eben... Okay, ein Schatten ist weg. Ich stehe die Typen fertig. Ich bin schon wieder. Ich bin schon. Was ist denn eigentlich dieses magische Bewusstsein? Ja, du kannst Spell-Slots wiederherstellen. Okay. Nie benutzt. Davon gehe ich aus, dass das nicht benutzt wird, dass du selbst benutzt. Die Typen haben alles gesehen. Ach, ich bin überladen. Wieso bin ich überladen? Das kann doch nicht sein. Überladen ist gut. Du hast immer noch dein Blick zu bild. Oder? Ach nein, Quatsch. Überladen. Du trägst zu viel Zeug. Kann sein, dass du entweder zu viel Zeug trägst oder durch die Angriffsgarde ein bisschen Schwäche bekommen hast oder sowas. Ja, ich muss einfach ein bisschen was ins Lager schicken nach dem Kampf. Dann tun wir das. Da haben wir eine sinnlose Aktion gemacht. Und damit kann das Zug verbraucht. Ja, ich shadow steppe kurz und dann... Liege-Tag auf den Kollegen hier. Töten wir den Kollegen hier. Die Angriffsgarde wieder. Da haben wir noch einen Schatten und einen menschlichen. Energietunnel hier rüber. Ich glaube, der Typ ist jetzt ein bisschen weg. Ja. Dann viel Spaß damit. Und da ist noch ein Schatten. Also zwei, zwei menschliche erste Mop. Ja, ja, du, ich bringe dich gerade zu unseren Nahkämpfern, also zu euch beiden. Ja, ich seh dich hier. Ich kann nicht nahkämpfen. Ja, doch, da kannst du. Du hast nur verringerte Bewegungsreichheit. Ich kann mal da rüber gehen und das darf ich beistehen. Ja, der braucht keine Hilfe. Der ist relativ... Meister. Er ist überraschend Tanki diesmal. Dann gehe ich mal hier rüber. Oh, der ist weg. Danke. Danke dafür. Der ist auch weg. Das heißt, ich kann. Ich gehe hier mal rüber. Moment, ich bin schritte kurz auch rüber. Ich glaube, noch mal. Dann haben wir gleich den Schlaf noch. Kann ich das hier? Nee, kann ich nicht. Okay, ich bin nicht mehr überladen. Das war wahrscheinlich nur ein Fruch oder so. Und hier gibt es halt ein Rätsel mit den Tafeln, was ich nicht gelöst habe. Ah, doch, das habe ich gelöst. Irgendwas muss man den Satz zusammenfügen. Okay, welchen Kampf als erstes. Ich würde sagen, das hier, die Knopf, dann den Knopf, dann den Knopf. Ich sehe hier bloß gerade keine Knöpfe. Hier waren irgendwo Knöpfe. Ich habe die Warnung scheinbar nicht geschafft, um das Rätsel zu lösen. Ähm, Moment. Ich guck mal. Das ist eigentlich relativ einfach, aber man muss irgendwie Knöpfe finden, die man... Da muss man hier warten, wenn man die Tafeln anklickt, dann gibt es da... Da musst du da irgendwie die Sätze, dass das so einen sinnvollen Satz ergibt. Du musst wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Ah, hier, hier. Da geht eine Tür auf. Oh, haben wir aus Versehen richtig gemacht. Gut. Jetzt gibt es einen Eingang. Dann wollen wir runter. Den Ort kenne ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Vielleicht das Rätsel auch irgendwie nicht geschafft habe. Das ist auch noch was Neues. Warte, vielleicht bin ich da doch irgendwie durch einen anderen Eingang rein. Da stoppe ich den. Ich bin doch keiner. Nur wie das sieht unbekannt aus. Ja. Soll ich die Starter hier stark kaputt machen? Schattenherz ist nicht hier. Weiß ich nicht, ob das vielleicht was triggert. Ich glaube, das triggert was. Ja, das triggert in der Tat etwas. Fantastisch. Na dann. Well, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 109. Okay, das sind relativ starke Gegner. Ja. 120, 117, 101. Okay, die sind... Schönen Bossfall-Tastet aktiviert. Das ist korrekt. Ich wusste nicht, dass das passiert. Ich wollte einfach mal gucken, ob man das machen kann. Gut. One-shotte der mich? Na komm. Was da, man kann dran machen. Wie ist das was? Wieso, dass das Counter-Speal jetzt gerade psychischen Rückschlag verursacht? Na ja, egal. Keine Ahnung, ob das war das Landschuh, die das bewirken. Nein, das ist eine... ...eine fähigend Fähigkeit, die ich eigentlich nicht benutzt hab, aber hey. So viel, wir haben nicht mehr als die Leute hier, die angreifen können. Tief mal hier rüber. Ich greife die hier an. Ja, Moment. Du wirst gleich von schwarzen Zentakel angegriffen. Wenn du danach das Bewegungsreichleiter hast, geh da weg. Hab ich nicht. Dann wirst du jetzt gleich von schwarzen Zentakel angegriffen. Ja, dann ist es so. Tut mir leid, aber das ist ein effizienter Zauber für sowas. Weil die sind jetzt gerade schön auf einem Fleck. Ich werde es übernehmen. Ja, Astarion geht hinter die beiden Skelette. Oh, das ist nicht gut. Okay, soviel zu den Zentakeln. Wenn sie gelingen, dann können sie sich nicht überhaupt nicht sehen. Sie können sich teleportieren. Ja, offensichtlich schon ein bisschen. Ich bin so ein bisschen tot. Nee. Ich bin der Paladin. Ich kann mich selbst teilen. Das wollte ich gerade sagen. Nicht, dass du eine Hilfe brauchst. Ich bin der Kalach. Ähm, der Eta hier. Joach. So, er kann auch wieder dazu. Ich gehe ihn mal besuchen. Gut. Ich kümmere dich um den da drürieren. Ja, das ist ein Unterklar. Scheiße. Ah, Fireball. Was machst du? Fourth Level. Fourth Level Fireball. Hoffentlich nicht auf den hier hinten. Doch. Ja, nur auf den. Ich bin der Will. Ich bin der Hände auf den Kopf. Du hast ihn mit. Ich bin der Kopf. jetzt mal anbinden aber stehen dann doch noch fertig ja solch müssten feuer werfen oder lieber was harmloseres ich guck mal was ich sonst damit habe ich werde lass mich am leben ist ja ja der junge ist so nervig zum werfen hier fressen fuß ich hoffe er steht auf füße ein fehlstab ja und er ist da drüben das ist ja immer so ein fall auf mich wirkt so funktionierende tatarien die überhaupt nichts bringen doch die machen normalerweise ein bisschen schaden wenn die teleportieren sie ständig über das macht nichts der schaden fängt am anfang der runde an ich bin dran muss wohl leider fernknopf machen kann ich das hier ja das kann ich fehlschlag tja 8 der feindschaft mit beeindruckswürfen gegen einen gegnern vorteil warum nicht obwohl ich kann mich hier drüber teleportieren ich weiß jetzt noch ein bisschen länger drüber zu mhm der torso hat gekriegt der torso hat gekriegt wir haben nichts bei ich habe mich hier drüber zu tun ich habe mich hier drüber zu tun ich habe mich hier drüber zu tun ich habe mir gerade eine stadt angeguckt Hauptsache. So, jetzt. Nö, tatsächlich nicht. Dann mach ich sie mal kaputt. Sie ist kaputt. Dann können wir das Geheimnis, was sie überhaupt nicht mehr entdecken. Du hast ein Gespräch begonnen. Ja, ich hab versehentlich mit meinem Amulett geredet. Ich wollte eigentlich die Regeneration machen. Auf der Tafel, also als ich mit der Statue geredet habe, hast du gesagt, dass das dann... Die Statue ragt stumm auf. Was immer für einen Zweck hat, der bleibt verborgen. Ähm, ja. Geh mal, red mal mit der Tafel. Also, geh mal mit der Tafel. Das... Ja. Ja, gut. Hey, ich mein, ich hab sie kaputt gemacht. Sie hat wahrscheinlich eine Tür geöffnet. Oder so. Jetzt hätte wahrscheinlich hier die... Hier ist eine verdeckte Wand. Da hättest du dann... Wenn Rätseln müssen... ...lösen sollen. Dann wären wir hier durchgekommen. Hier wäre eine Tür... Kann mir mal... Alles gut. Das hat Kalt schon beim Sprechern gebracht. Ich hab da ein bisschen Angst gerade heute. Aber das... Aber auch beim ersten Mal sprechen... Wahrscheinlich langsam angreifen, weil wir was angerufen haben. Irgend... Irgendwas... Bleibt hier ver... 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 Verwehrt. In Mainz Hitten. Tja. Jetzt ist das mit Gungel raus, ob da noch irgendwas ist oder... Was da gewesen wäre. Ja. Perception Check haben wir anscheinend irgendwie versaut. Tja. Ich glaube ich habe vorher nicht gespeichert. Bevor wir hier rein sind. Nee, hast du nicht. Ja gut, dann können wir es nicht machen. Wir hätten hier einen Perception Check machen müssen. Was hätte es da gegeben? Ja. Wir hätten Plaketten gekriegt mit Rätselhinweisen und ja. So stimmt das jetzt auch nicht. Hier geht nichts. Ah nee, Quatsch. Moment. Das ist doch... Das ist doch oben. Das haben wir doch oben gemacht. Moment. Grills Slide Open. Wheeling. Way. Äh... Hast du mit allen Plaketten geredet? Äh... Kannst du nochmal machen? Ja, habe ich eigentlich. Ja, cool. Du hast... Natürlich derjenige mit dem... Loosten Modifier von allem hat natürlich mit allen... Dingern geredet. Ja, cool. Schön. Dann haben wir es wirklich versaut, weil du natürlich mit allem quatschen musst, um taktisch vorzugehen. Tja. Egal. Mit den Vasen war auch nichts. Du musst es wahrscheinlich... Musst es wahrscheinlich irgendwelche... Ähm... Na gut, wir hatten wir anders vor. Gehen wir wieder hoch. So wichtig kann das nicht sein. Kommst du mit, oder? Naja... Naja... Also eigentlich hätten wir jetzt... Das nervt mich ein bisschen, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Du hast es ja schon versaut damit, dass du die Statue angriffen hast. Das war ja schon der erste Fehler. Das war ja schon der erste Fehler. Das war ja schon der erste Fehler. Das war schon der erste Fehler. Ist dann halt so. Dann haben wir halt das nicht. Wir hatten ja nur ein Blessing gekriegt, was... Ähm... Ich glaube ich irgendwelche Dinge tut. Bin mal wieder hoch. Und wir haben andere Quests. Ja, wir hätten nur... So ein bisschen Kram da durchgekriegt, was jetzt nicht so sorglich relevant ist, weil das nicht zu unserem Bild passt. Aber gut. Wäre nett gewesen, das zu haben. So hatten wir immerhin einen Kampf, der komplett unnötig war. Wir wollten jetzt eigentlich zu den Steinmetzen. Ich bin schon unterwegs. Sehen die in der Richtung? Ja. Steinmetz. Der Dungeon da unten ist aber relativ cool. Ich weiß nicht, was er genau für Dinge hat. Ich glaube, ich habe da den letzten Perception-Check damals verkackt. Aber... Der Dungeon macht Spaß. Aha. Äh... Äh... Reingehen. Reingehen müssen noch. Zwei Kran. Zwei Kran. Ich habe es zu tun. Zwei Kran. ...so kann ich nicht Probleme haben. Ich bin nur unterwegs. Ich bin auch sicherlich, dass ich die Map noch nicht ver celuiut. Ich bin nur unterwegs. ich weiß ja was man hier machen muss das habe ich schon cool jetzt kriegen wir es auch hin das richtige zu treffen um die bombenwurzeln du musst ja das ding zum absturz bringen das weiß ich machst hier noch irgendwas sogar wenn du jetzt unbedingt woanders hingehen willst statt hier die sachen zu erkunden dann kann ich auch einfach ausmachen und gehen was machst du dann ja wie gesagt ich versuche den raum zu lösen weil das ding hier einen dungeon hat mit keller und allem das hast du wahrscheinlich auch wieder nicht gemacht natürlich nicht ja komm gut dann gehen wir den normalen weg schade wieder was verpackt oder wie ich weiß noch nicht wie man das macht ich habe es beim ersten mal dadurch gehämmert den stein aber ja jetzt sind wir preis gelaufen durch die holzluke runden dann gehen wir durch die holzluke runter passt schon da müsste ich mal hinkommen das wäre gut ne hoppla so wir haben den ersten perception check geschafft sehr gut gut dass ich da war um das zu fehlen um das zu fehlen oh hier ist ein fahrstuhl der bringt dich nur wieder hoch so doch durch diesen fahrstuhl bin ich mal rein aber war dann auch hier irgendwas verfehlt ja doch hier war ich ja daran erinnere ich mich im dark urge da bin ich dann gegangen da habe ich die kiste geöffnet und dann war ich hier gefangen ja die kiste die kiste hat nur schwachsinnslot und ja meine fresse hier das ist also ich war hier ich dachte wirklich was zum hinkern wenn ich ja nicht die kiste öffnen äh ihr ihr könnt schon mal rüber gehen ich kann die kiste da bist aber gefangen bin spannend wie du da raus kommen willst ich spiele nach wie ich spiele einen schattenmönch und hier ist dunkel dann viel spaß erstens ich entschärfe das ding mit soliden 30 20 lute das ding und dritten sich die ok gut ich hatte damit gerechnet dass das ein bisschen mehr aufwand wird aber so dann kommt hier jetzt der kampf ja ihr könnt schon mal runter gehen ich platziere mich hier oben ja ich wollte mich gerade verstecken naja nach sind nur schatten ja der todesalb der ist ein bisschen nervig gewesen ja der todesalb du meinst ach das beste todesalb ja der jetzt erst zur anderen Reihe ist ja du benutzt jetzt mal dein schild ja und du bist schon halt tot ja ich hab jemanden ja wo nichts dann passt das wieder ah das ist der Todesalb oder was ja ich den mal gut ich helfe mich kurz Rüstungsressum plus eins aha ja ne ne naja ne 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 Ich hätte das natürlich auch vorbereiten können auf diesem Kampf, indem ich zauber die nicht gegen nekrotisch resistente Sachen gut sind, aber hey, der Schlauchwesen. Das schaffst du. Ja, ja, schon, ich hab halt jetzt wenige Optionen, weil ich hab mich nicht auf die Grundrutsch vorbereitet. Ich hab ja ein paar Radiant Charges. Ich kümmere mich hier unten um den Todes-Alb, der nicht Todes. Obwohl mit meinem Karte ich da vielleicht mal... wie lang? Ich greife schon mal den hier. Wo ist dann hin? Ne, der ist weg. So ein Scheiß. Ja, ich bin derjenige mit dem künstlichen Auge. Ich hab die Möglichkeit, die zu sehen. Dann fällt mir den hier an. Weg ist er. Ja. Ich kann hier mal hochkommen. Wenn du willst, kannst du gern Mr. Step Me Up. Hallöchen. Ja. Die kommen oben. Hier sind aber noch mehr. Ich seh hier nur zwei gerade. Ich hab auf das hinteren... Ich hab den hinteren Schatten geschossen und hab den vorderen getroffen. Fantastisch. Es sind gerade nur zwei, aber hier sind noch mehr. Ja. Ja, ich weiß, das war super lustig. Ich hab noch mit Karte. Es gibt noch... Er ist exakt wie der Flugball beim Skelettfall. Shit. Der Idiot, ey. Ist doch praktisch. Ich kümmere mich um dich. Ich komm hier unten mal hoch. So, Bonus-Aktion. Sehr schön. Beziehungsweise zusätzliche Aktionen. Let's go. Keiner kommt auch mal mit hoch. Schlag. Schlag und... Das war ja noch. Die beiden nicht sehen. Schade. Wir sind jetzt alle hier drüben. Das heißt, die müssen früher oder später hier rüber kommen. Ach ja, deswegen war der Kampf bei mir so... Weil die alle unsichtbar waren. Das war so ein zäher Kampf, weil die einfach... Weil ich teilweise Runden skippen musste, weil ich einfach nichts gesehen habe. Ja. Ach, genau. Verständlich. Ah, da unten ist er. Der floppt wahrscheinlich jetzt da drüben. Genau. Wenn du unsichtbar Kämpfer... Kämpfer kämpfen... Wenn du unsichtbares nicht sehen kannst, dann ist das schon ein bisschen nervig. Da drüben ist was. Okay. Interessant. Keine Ahnung. Fireball in die grobe Richtung, I guess. Getroffen. Aber nicht genug. Er steht noch. Das war ein Fireball ins Gesicht. Das war genug Schaden. Da drüben ist vorhin noch einer. Und der... Ja. Der portet sich jetzt wahrscheinlich zum... Mönch und zum... So, wo soll ich angreifen? Ach so einen sehe ich ja. Äh, den... Den Typen da hinten. Den was da rum gerade ist. Reiß. Autsch. Wenn du nicht das andere Zeug auch noch trägst. Hallo? Was? Ja, super optimal. Das ist... Was dich gerade sehen. Okay, den anderen Gegnern kann ich gerade nicht sehen, aber... Okay. Ja. Du hast dir gerade selbst einen Taser ins Gesicht gedrückt. Ja, passiert. Das ist da und kriegt mal das hier. Cool. Mehr kann ich... Ah ja, egal. Mehr kann ich gerade nicht machen. Ja. Und es gibt ihn. Cool. Der Mönch läuft jetzt einfach mal wieder hier und her. Du siehst den auch nicht, oder? Ja, natürlich nicht. Ach, nervig. Aber ich hau einfach mal den Pfeil des Feuers. Random. Da hin. Ja. Das ist jetzt super optimal. Da muss er jetzt springen. Feiervoll. Hier ist auch mehr. Äh, ja cool. Und es geht nicht. Das bringt nichts. Komm mal auf. Gut Glück dahin schießen. Muss mal warten, bis der sich... umstippt. Der war irgendwo in der Richtung. Das Geläch hat schon wieder fast getroffen. Da. Neben dir. Direkt neben dir war er. Ist er. Jetzt ist er los. Ja. Dann hau mal zu. Ähm. Ich hilf mal hier rüber. Ja. Vielleicht kann ich hier... Ich bin auf dem Pferdkampf eigentlich schlecht. Ja. 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 Ich wollte weiter. Ich wollte weiter. Gut. Energiekanalisierung, okay. Ja. Ich hab Wasserfunk klar. Ausgerüstet von krimpisch. Ja, cool. Na, damit kann ich doch anderen... Ja, ich hab mal die Tür da hinten auf. Aber die Stiefel trage ich doch, weil ich da mit anderen Schaden geben kann. Ja, aber die halt auch, wenn du mitten drin stehst. Ja, das ist der ist das. Ich will erstmal einen schärfen... Du hattest an... Du hattest an... Du hattest an... Du hattest an, dass es hier um... Ähm... Dingens um das Zeug... Mhm. So. Ich hab auch keine anderen Stiefel, die ich wechseln könnte, weil... Ja, ja, du hast das wahrscheinlich verkauft. Arcane sind eine Schärfe. Ich hab übrigens noch so einen Totenschäde. Na. Ja. So einen fliegenden... Ah, cool. Äh... Soll ich mal checken, ob es noch irgendwas hier gibt? Oder ob wir... Hier durch sind. Ja, haben wir noch einen langen Rast oder? Ne, haben wir nicht. Oder einen langen Rast. Warte kurz. Stone Mason Guild hier. Mason-Skilled-Walkthrough. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt eine Bahn hätten, dann könnten wir das Team auf einmal hellen. Ja, ja. Äh, es gibt hier nur den Helm. Das heißt, wir haben alle einen Loot. Äh, ich kann aber mal kurz das Tablet Spellbook anpassen. Die Nekotik-Sachen, die kann ich für diesen Akt ja relativ groß hauen. Ja, das ist alles wichtig. Ja. Ich steig mit dem Krieg. Äh, nehmen wir mal ein tödliches Phantom mit rein. Und... Äh, was... Hier... Brennende Hände sind nützlich. Warum habe ich Mage Armor drin? Er trägt selber eine Rüstung. Er braucht keine Mage Armor. Die ist sowieso useless. Ah ja, die wollte ich für den Mönch benutzen. Naja, egal. Es wäre super nützlich tatsächlich. Machen wir jetzt gleich eine lange Rüst. Ich kann diese Schattenreste... ... verwenden. Äh, ja. Du siehst nur ein paar. Ah, okay. Ah, okay. Du brauchst eine lange Rast, oder? Ja. Dann lass uns eine machen. Ja, was geht da? Was bist du? Ja. Ja, du kannst nicht. Hier, geh nach unten. Dann muss ich jetzt hier... Kann ich jetzt hier das Bell book tatsächlich anders anwenden. Mage Armor raus. Alles gut hier? Ich hoffe. Oh, ein Wärmen, wie die Gegner ich dich mache. Wie treuer sind wir uns. Mhm. enges gewandt möchtest du ein enges gewandt haben nein wirklich so gewandt das ist privatkleidung dann geht man ja äußerst schicke farbe auch kann man ja umfärben ich habe kein färben mittel aktuell besser ist die straßen graue kleidung sie ist positiv ich trage ein absoluten gewandt doch ich habe färben mittel der wände ich könnte es umfärben dann klappt es um jetzt habe ich keine farben mittel mehr du wolltest lange rast machen ja ich bin nur aufzug kurz hoch und dann wieso hoch wir können auch hier unten lange rast machen auch so ist kein gefährliches gebiet dann kannst du hier bleiben ja dann ja du kannst mal zum langen rast anklicken beziehungsweise ich kann ja auch hier mal ah es hat geklappt es ist ein tatsächlich schickes ace gewandt ich sehe nichts ich bin auch mal alles grünen das dauert bei mir immer in der wände gar nicht schlecht ich habe es angezündet gut ich guck mal wie viel 40 von 40 ich habe ohne katzin nein schlafen sicher ja ich habe das erleichterte stöhnen gehört na dann 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 wollen wir weiter was bitte wollen wir weiter ja das kam in discord gerade nur sehr weird an ich habe glaube ich kurzen abbruch oder sowas ja das kommt manchmal echt fies hier ist noch knapp ich habe noch eine geheime tür geöffnet ich habe noch eine geheime tür geöffnet hier gibt es noch sachen hier gibt es noch ein weinkeller leere flaschen hier gibt es noch ein bisschen alg und eine schwere truhe mit ein paar trinken mit und färbemittel hier ist hier ist vielleicht müssen weg zu wir müssen gehen wir sind und ich komme gerade ach dahinten der geheimraum jetzt wir sind dass der existiert tatsächlich das war nämlich der punkt wo ich die perception nicht geschafft hatte ich habe schriftrolle klopfen schrift oder selbstverkleidung schrift und nebelschritts brauchen wir nicht und hast du dunkle und schrift und dunkelheit gib mir mal das instrument schrift und dunkelheit hast aber selber oder ja ja dunkelheit kannst du behalten aber den rest nebeschritt sich ganz gern drin schrift oder selbst aufkennung könnte ich hab's halt noch nicht du bist doch ja aber wir haben auch wir haben ein magier der das dann permanent kann schrift und dunkelheit ich kann nichts noch gesagt meinte winter du benutzen die schrift rollen ja aber ich benutze trotzdem doch irgendwann kälte strahlen okay so klopfen wichtig du brauchst noch dunkelheit das würde ich das vielleicht irgendwann kann ich mal verwenden das ist doch die mussten sich nützlich äh dürfte jetzt alles aus dem inventar verschwunden sein und wie hast du das geschafft äh ich hab's astarion beigebracht wir erteilen uns anscheinend das inventar alle fantastisch elixierte dunkle sicht das brauchen wir glaube ich nicht ich glaube wir haben alle dunkle sicht ich glaube ich nicht oder bezweifelt das habe wofür nicht das haus kann hast du eben den dunkelheit diesen diesen licht taschenlampen artigen scheinen wenn du irgendwo hinguckst also jetzt hier in dem raum ich habe eine leuchtende ich habe eine kala steht leuchtend neben mir dann schick sie mal raus und guck ansonsten es steht auch direkt wenn du das inventar öffnest links wichtige merkmale beharrlichkeit dratonische abstammung ist mir auch die oft gefallen dass diesem blitz oder den ich hier habe eigentlich die letzten haben hast du auch nie benutzt habe doch benutzt habe ich schon ab und zu mal aber den ab 2 noch gar nicht aber ich kam auch gut ohne aus also ich bin verwendigst mal wieder so dann raus hier oder haben wir noch einen anderen geheimraum ich glaube ich habe es hat sich nicht damit hat sich kein dunkle sicht dann kannst du es mitnehmen auch wenn es relativ sinnlos ist aber so wohnen wir jetzt dann aus der heilung machen wir haben wir noch eine beste markierung das ist draußen wie gesagt aus der heilung haben wir jetzt noch den doctor den wir töten müssen und dann müssen wir die das musikinstrument finden und dann können wir die portal verteidigung machen dann sollten wir eigentlich für heute schon ganz gut durchkommen das meiste kriegen wir das heute hin kriegen wir das mit dem mit dem portal hin sind wir stark genug oder wenn wir da drauf gehen ich habe ich habe einen mönch mit zweimal haste theoretisch also ich habe sehr viele aktionen und ich kann sehr gut verteidigen und du bist ein paladin wenn du direkt am portal stehst dann ziehst du wahrscheinlich alles auf dich es sind schon mehrere wählen das könnte schon schön werden außerdem gibt es immer noch die möglichkeit dass wir einfach eine barriere aus kisten oder sowas um das portal bauen weil es wichtig ist seit hier drüben geht es nicht modi ich weiß ich komm schon das wichtig ist ich gehe hier beim friedhof ja ich mach dir auch mir doch nicht auch das ach wir haben hier doch noch das tieflingskind ja ich bin ich mach das du warst erst da schade ich kam von hinten schatten 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 verfluchten dann wird das erwartet schatten schatten ich muss du warst 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 Wenn sie es haben will, wir haben es noch irgendwo beim Händler gepackt. Äh nein, wir sind kein Sorcerer. Ich bin Doriga. Sie ist Wild Magic Sorcerer. Sie sind Zeflor. Der ist wenn ich die Klinge im Modellstall. Ja, der ist in der Kolonie unten. Wir müssen noch nicht finden. Aber dass du kannst. Du wirst mir helfen, ich weiß es einfach. Oh, vielen Dank! Ich wusste, dass du mir wiederholst. Die Klinge werden immer noch nie dauern. Ich glaube nicht, dass ich mit dir bleiben kann. Nur bis du deine Mutter und die Pops findest. Ich werde nicht in den Tränen und verspüren es. Oh, danke! Sie kommt ganz gut mit dem Todeskampf. Klar, von daher. Ich habe herausgefunden, was mich sehr genervt hat. Ich habe herausgefunden, was mich sehr genervt hat, dass man in Akt 3 nicht mehr die, äh... noch mal sagst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe... Ich habe ihr damals nichts von ihren Eltern gesagt. Sie sind abgehauen. Da wirst du diesmal bekommen. Ich stehe in dem... Ding. Das ist ein körperloses Wesen. Natürlich schlägst du, ihr Lieben. Okay, wo geht's? Danke, du danke. Wir können uns erstmal ein bisschen umgucken. Hier gibt es uns coole Sachen. Krabsteine. Hier liegt faithful Jamie. The love of all our lives. In memory of Kayla Belsworth. Thrice married, thrice widowed. Always smiling. Where.... Hello. Here lie is sister Kevin. One more devoted Mendikant to never left. Where is your name? Hm. There is nothing on the floor. Hmmm. Yeah, the understanding. Here lie is sister Kevin. One more devoted Mendikant to never left. Here lies sister Kevin. One more devoted Mendikant to never left. Ich meine, es gab es schon immer. Es spricht nichts dagegen. Wenn Kevin O'Reilly ins Kloster wollte, hey, warum nicht? Transgender gab es schon den Begleiter. Hier liegt Gertrude, der Monsoon-Rafferty. Sie kam und ging wie ein natürlicher Zastatt. Okay. In Memorie von E. Burke, Trollblüter, ist es all der Bärz und hat mich sehr vermisst. Ich meine, es gab es schon gar nichts. Ich habe Schuhe gefunden. Aha. Gibt es noch mehr Krabbensteine? Nee, aber hier ist ein Skeletor, das nichts kann. Cool. Gibt es eine Laterne? Schön, die brauchen wir ganz dringend. Geht aus. Heilt aus. Ich gehe noch nicht rein. Wir haben hier noch den Pavillon. Ja, wir haben hier noch den Pavillon. Nix noch ein Motion Sarg, den wir ausbunden können. Nix drin. Eisbissrobe. Brauchst du noch eine Schaufel? Äh, ich habe eine Schaufel, danke. Ich habe eine Eisbissrobe gefunden. Ich habe eine. Was trägt das Tachem gerade? Das ist eine gute Robe für ihn. Und wo geht es hier lang? Und wo geht es hier lang? Ach, Largo. Und da ist man geeinigt. Du denkst, es ist der Spaß. Hier ist eine Eichentüre. Wir können uns reinschleichen. Willst du denn reingehen? Ich dachte... Äh, ich glaube, wir haben alles ergründet soweit. Dann warte ich nicht. Ich hau mir jetzt noch den Kampfring... Ich hau mir kurz den Kampfring rein. Da können wir durch die Tür gehen. Ja, wir gehen auch durch die Vordertür. Wir gehen durch die Vordertür. Ich habe eine Seitentür gefunden. Äh, nee, nee. Wir gehen schön durch die Vordertür. Oh, da ist ein... Ach, nur der Mosche sagt. Wir gehen durch die Haupttür. Dann kannst du mit dem Doktor reden. Können wir sowieso. Ja, aber wir gehen trotzdem durch die Haupttür. Und wo ist die? Die ist hier. Irgendwo. Oh, das Ding, was ich gefunden habe, ist die Haupttür. Glaube ich. Geht es aber auch noch einen Eingang. Ja, ich gucke gerade. So, wenn man hier... Nein geht. Ja, das, was ich gefunden habe, ist tatsächlich die Haupttür hier. Dann gehe ich durch die andere. Nee, nee, das ist genau die richtige Tür. Ja. Uh, uh, super bullshit. Okay, hast du irgendwo einen Schlüssel? Oh, ja, ja, meine Finger sind gleich da. Ist nur ein Ausgang. Erst, erst mal wird hier gelootet, wie noch was. Müsste, glaube ich, auch nur einen Schlüssel liegen. Ah, Giftbeschahandschuhe. Schlüssel. Oh shit, außerdem... Ach ja, da hinten geht es weiter. Na dann. Hier geht es weiter. Nein, 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 nicht rein, nicht rein, nicht. Du wolltest hier, du wolltest hier durch. Wollte ich das? Hier gibt es auch noch Sachen. Ja, du wolltest. Hier gibt es potenziell auch noch Sachen. Dann laufen wir einmal herum. Gehen dann wirklich durch den Vorderringern. Hier gibt es tatsächlich relativ wenig. Ein Grabstein. Hier liegt Alden Quiggs, Fischmonger. Er überwacht von seinen kleinen Katzen. Für den Fischhändler Grabstein hat es sich doch gelohnt. Außerdem ist hier hinten noch ein Teil vom Friedhof, den wir betreten können. Oh, da gibt es Gegner. Ja. Das ist gut zu wissen. Das ist noch im Kampf. Das ist vor allem gut zu wissen, weil wir können dies... Und Kampf betreten. Ganz gerne dazukommen. Wir sind... Wir sind heute besonders smart, das habe ich gehört. So, ich kann hier mal... Folgendes tun. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ich habe wieder ein Todesalb. Und ein Hund. Ich habe einen Patienten, die ich nicht kritisieren, ich habe nicht gerufen. Den Hund kann ich kurz machen. Ich bin der Vorteil. Und ich habe ihn nicht gerufen. Okay. Tut es halb. Daneben. Geht nicht auf. Ah, schöner Smite. Warum nicht? Warum bist du schon wieder fast tot? Ich bin ein Mönch, ich habe die viele HP, ich gehe auf... Ich bin ein AC-Tank, das heißt ich habe Pro Rüstungs-Klasse, aber wenig Lebens. Das ist von mir. Du hast nicht wenig Leben, du hast mehr... Du bist der mit den meisten HP hier im Team, Mordi. Ne, das ist Kraler, aber du hast... Du hast 59 HP und ich habe 57 HP. Ja, weil Paladin auch AC-Tanks sind, das heißt selten getroffen werden, weil sie eine gute Rüstung haben. Genauso wie manche. Nur ist bei uns keine Rüstung, sondern es ist tatsächlich... Geht nicht einfach. Dafür, dass ich nicht getroffen werde, werde ich auch schon nicht oft getroffen hier. Ja, ich habe aktuell eine 17er LK. Mit haste habe ich eine 19er und ich gehe darauf, dass ich meistens haste den wichtigen Kämpfen. Das heißt, ich schlage schnell zu, ich halte wenig aus, aber ich werde selten getroffen. Aber dafür, dass ich auch eine gute Rüstung und ein gutes Schild habe, ist hier der... Nützt das relativ wenig. Ja, du hast einfach Pech wie so. Ja, Pech, das nützt dich einfach. Das nützt einfach gar nichts. Da ist gerade noch was dran, oder wer ist dran? Ich bin dran. Ja, du bist noch dran. Ich habe das gerade nicht gesehen einfach. Das weg mit dir. Mach einen Divine Smile und mach keinen Wendel. So. In diesem Gebiet ist göttlicher Schaden. In diesem Gebiet ist göttlicher Schaden. Wichtig, also, äh, gleißend. So. Sieh. 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 Haha, gleichzeitig drauf gehauen. Auch schön. Ja. Ich mach mal die hier fertig. Und ich mach die fertig. Ein Schattenloch. Ich versuche mal das hier. Äh, lustige Sachen werfen kann. Oh, ich hab nen Hammer. Äh, wo ist der letzte Gegner? Aha, okay. Keine Ahnung. Es ist ein Schatten. Es ist irgendwo... Unsichtbar. Wahrscheinlich. Es ist ein bisschen dumm jetzt. Ich hab keine Ahnung. Wird's hoffentlich gleich zeigen. Keine Ahnung. Eines rollenden Donners einfach mal hier hin. Nop. Naah, schaude. Da ist er. Korrektur da war, ja. Ah, hier ist er. So, dann checken wir mal, ob die Hafner was haben. Und hier geht's noch runter, da geht's noch, da geht's noch, hast du da mal drinnen? Hier ist noch ein sehr gefährliches, gefährliches, ja, eine sehr gefährliche Gruft. Wenn wir da reingehen. Warte mal, bevor du da reingehst. Ich werde vorher sowieso nochmal sprechen, weil ich weiß, was da unten passiert. Da habe ich mein ganzes Team verloren. Ich hole uns erst mal unsere Skelettfreunde. Wenn wir ganz besonders scheiße sind, verlieren wir dort ein Lechnerhaus, unser ganzes Team. Dann uns richtig scheiße anstellen. Dann ist das... Ja. Äh... Moment, ich hole uns auch noch Schaufel, äh, Korb dazu. Dann haben wir ein komplettes Team. Nicht rausfinden... Ah, hier unten ist es. Kann auch noch Sammeln in Elemental, wenn wir schon dabei sind. Nöden Elemental habe ich nicht mitgenommen, schade. Naja. Hm, Gabel ist beschäftigt. Naja, sind das humanoide Gegner da unten? Weiß ich nicht. Naja. Es sind weniger die Gegner, die da unten sind, als der Raum. Der Katastrophe ist. Also rein dort. Einfach rein. Wie die Vollidioten, die wir sind. Deswegen werden wir jetzt am Druck gehen. Habe ich noch Heilung? Ich habe auch keine Heiltrinke mehr. Ah. Oh, hier hinten ist Wahrnehmungssachen. Cool, Astarion hat sich geweigert mitzukommen. Die ganzen Summons stehen noch draußen. Ne, Carla ist hier. Ah, Wahrnehmung viel geschlagen. Sehr gut. Wo ist man, Carla? Wo ist man? Ist da unten rein. Ja, ja. Der Wahrnehmungsband kommt schon. Der Wahrnehmungsband hat es wieder mal geschafft. Hier drüben ist nichts. Oh, okay. Sollen wir den Knopf drücken? Ist schon dabei. Gibt's kein Riesbäumchen hier. Oh, eine schöne Ketze. Ähm. Bein geschlossen. Hast du das gemacht? Nein. Gut, dann wissen wir schon mal, dass wir nicht zusammen da reingehen. Wir sind ein Ring. Ich habe eine Kette und einen Ring bekommen. Vielmehr ist noch nicht. Das ist schön, du hast eine Kiste vergessen. Etwas, etwas schwarze Zentakel und Friedhoffs Ring des Handelns, des Handels. Die Hürde einem Händler nach, das ist für zu. Erhürte, erhürte Wurfe auf Täuschen um eins. Kannst du gerne haben. Soll ich die Schwer-Schwarze Zentake nehmen? Da habe ich die zusätzlich noch ein Zentake. Ja, du hast die schon. Ja, schwarze Zentakel sind spaßig. Statt dass Wundheilung im Gestern bist, stabilisiert sich dein Zug, beginnt automatisch. Kraftvolle Heilung, die Maximilien anzahlen, Trefferwunden. Ja, etwas Zentakel sind geil. Für dich. Ja, die sind... Das war ich die ganze Zeit. Gut, machen wir mal die Koste drauf. Achtung, warte kurz, ich speichere mal. Falls was... tierisch verkacken. Ich bin versteckt, alles gut. Ich bin nicht mehr versteckt. Hast du gerade die Tür zugemacht? Du hast die auch zugemacht. So rein hier. Nein, ich habe sie nicht zugemacht. Das sind nur Giftwolken hier drun. Keine... Okay, ich bin vergiftet. Keine Feuer... Keine Feuerangriffe hier nutzen. Das wird tödlich. Keine Feuerangriffe, Moni. Lass es. Du, ich lasse dich erst mal ein bisschen kämpfen da hinten, ne? Soll ich eigentlich die Missenfeuer reinwerfen? Nein, lass es bitte. Na, warst du jetzt schon dabei? Starun nimmt am Kampf teil. Ja, cool. Er bleibt dann einfach mal ein bisschen im Hintergrund, ne? Möchtest du dich auch mal mit dazu? Aber keep going. Fireball ist jetzt suboptimal, oder? Ja. Und der Raum geht komplett in die Luft, und er hat ihn genutzt. Weißt du was? Ich mache folgendes. Ich protecte mal meine Charaktere. Lass das. Moni. Wieso? Hä, ich habe schwarze Zettakel dahin gemacht. Du wirst ja nicht in die Raum springen. Nein, ich habe gesagt, ich protecte meine Charakter. Das heißt, ich habe einen schwarzen Zettakelentweg gemacht, und ich schmeiße Sachen. Das ist, das ist, was ich tue. Ich werfe Dinge. Nichts, hier ist es noch dran. Vor allem, ich habe Schützen hier. Die, die, die Schützensachen machen können, wie das da. Gut. Korb ist einfach mal lustig. Da ist Gabel. Äh, nein. Uns nicht. Ah, Gabel, okay. Gut. Dann war es der andere. Haben wir es geändert? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir haben es geändert. Der ist schon immer Gabel. Ach, Gabel, okay. Ja, ich wusste nicht mehr, was für einen Namen wir hier hatten. Muss ich ehrlich sein. Ich finde es lustig, dass du dich einfach mitten in die Zombies gestellt hast, während ich hier hinten schön in Sicherheit bin und die Zombies alle anlochen muss. So öfter sind die dann auch wieder nicht. Ja, ich finde es lustig, weil du kriegst halt permanent Schaden und ich habe hier zwei Summons, die äh, Gift-Immun sind. Die, also den ganzen Raum theoretisch für uns clearen könnten, denn du sie lässt. Das wäre doch langweilig. Nee, ich kann nicht mehr durchziehen, die können auch Knöpfe drücken und den ganzen Spaß, theoretisch. Oh, ich beende dann mal meine Züge. Smite hier Zombies. Sind alle außer Reichweite. Die sind bei mir hier hinten. Ich weiß, die sind alle außer Reichweite. Ich kann auch keinen Zauberstwerden oder so ist das. Die kriege ich schon. Ja, ich spitz mich einfach mal ein bisschen durch hier. Hat ja viel gebracht. Ja, für einen witzigen Moment. Ja. Sengen ist niederstrecken, das würde ich, glaube ich, hier nicht tun, oder? Nein, mach das göttlich niederstrecken. Das macht sowieso doppelten Schaden auf Zombies. Nehm einfach göttlich, immer göttlich. Sehr schön. Ebenfalls stark. Der ist gleich beschichtet. Der ist jetzt Geschichte. So, kommen wir vorbei. Oh, die schwarzen Centakel haben wieder gar nicht funktioniert, so wie ich dachte. Und hier gibt es irgendwo Knöpfe, die das Gift absaugen. Also hier gibt es irgendwo... Es gibt hier... Es gibt Pfeilen, die Feuer spucken. Also... Und wenn du die falschen Pfeilen auslöst, dann hast du hier auch recht ein Inferno. Alles gut. Ich trenne kurz die Gruppe und ich lasse mal die Skelette vorlaufen. Hier ist ein Doppeltür. Okay. Hier geht es nach draußen. Ich hätte mal einen anderen Raum gefunden. Sehr schön. Wenn du nichts dagegen hast. Hier kriegt die Wissenschaft. Total. Ich bringe mal die Kiste raus. Oder habe ich die schon gelootet? Ein Goldring in der Radzwege Kiste. Die, die sich dauernd bewegt hier. Ich bringe sie raus. Dann tu das. Oder ihr macht das schon. Ja, sie passt nicht durch die Tür. Ich krieg's ja nicht geöffnet. Ich hab kein Werkzeug dafür. Ja, ich mach mich mal dann die Entlüftung zu Dingzern hier. Zu entschärfen. Sieht aushalb der Tür. Außerdem habe ich eine sehr hohe Resistenz gegen die ganze Scheiße. Du kannst die Tür, du kannst die Kiste wieder mitnehmen. Steht außerhalb der Tür. Alles gut, ich mach nur die Entlüftung hier kurz weg. Mach das. Du hast hier jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen Freiraum, ne? Schienfohnheit. Mach ich mit meiner Waffe keinen Piepschaden oder was ist denn los? Äh, du hast ein Schwert, das ist... Ich hab ein Knüppel. Ja. Mach Stichschaden. Aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Ja, du machst Stichschaden. Das wollte ich halt gerade sagen. Warum mach ich Stichschaden. So, wo ist die Entlüftung von hier? Karnach macht Wuchtschaden. Aha. So, die Tür war einmal. Ja, hier ist die Entlüftung von hier. Ja, ich reinige mal den Raum, ne? Mach das. Begiftet. Nur noch am Eingang ist das irgendwo... Eingang ist hier noch eine große Wolke. Und hier kann ich jetzt mal eine Metalltür aufmachen. Vielleicht können wir da ein bisschen lüften. Let's gehen. Hier ist ein Hebel. Sehr gut. Locked tight. Ja, äh, könnte Karnach mit ihrem Licht mal kurz in der... ...Giftwolke am Eingang stehen? Äh, ja. Ja, und hier ist noch ein Hebel, den ich nicht beteiligen kann. Ah, da ist sie doch. Die Entlüftung, oder? Kann sein. Kann alles hier. Äh, andere Seite, andere Seite, bitte. Ich sehe sie halt schein... Ich kann sie halt legit nicht auswählen. Wie war? Das ist ein bisschen problematisch. Das ist... Das ist... F***ing... Ja, und nix. Sichering gar nix. Und Karnach ist vergiftet. Das ist nicht gut. Ja, das gibt es ein bisschen. Das gibt es vernachlässigbar. Ich gehe nicht durch diesen Weg. Okay, ein Scheiß. Halt. Hast du mal einen Liebeswert zurück? Dann können wir die Tür öffnen. Ja, Moment. Ich mach jetzt was... Mal eben, weil die Giftwolke nervt mich gerade tierisch. So, ich bring mal kurz meine Thumbens wieder zusammen. Und dann hau ich einen Feuerpfeil in die Giftwolke am Eingang. Dann müsste das alles sich kurz aufklären. Geh alle aus dem Weg. Alle aus dem Weg von der Giftwolke am Eingang. Jetzt ist nur die am Eingang. Karnach steht da relativ in der Nähe. Ja, ich weiß. Ach, nimm den Schaden in Kauf, mein Freund. Cool, es löst nicht aus. Ah, super. Na, dann lass doch die Wolke. Ja, man kann aber nicht lang gehen, von daher. Ja, man kann scheinbar am... Hast du mal ein Liebeswertzeug? Hier ist eine Tür. Ja, sofort. Moment. Die ist ziemlich verschlossen. Die sind verschlossene Türen, also. Mein Mönch hätte einfach über die Wolke drüber springen können. Alles klar, cool. Na, komm mal her, Mönch. Ich loote jetzt erst noch hier. Dahinten ist noch eine Kiste. Dann gib mir ein verdammtes Werkzeug drüber. Niemals. Das ist die einzige Relevanz, die ich in diesem Playthrough habe. Sachen öffnen. Ah, ja. Ah, 28, scheiße. Das war ein Liebeswerkzeug. Oh, hier gibt's noch Sachen. Ich ziehe die Rüge-Stärken. Und Blutbank, das könnte das dauernd freuen. Dann wird's loopt in Flaschen abgefüllt. Ja, sofort. Ich hab noch ein Liebeswerkzeug genommen. Ende, das auch hier. Was ist das? Hebel. Ja, wobei, ich krieg den Bonus mal insgesamt plus 10. Das hat der Hebel verursacht. Hat der Hebel irgendwas verändert? Ich hab grad einen Hebel getätigt. Nö. Ach, Mann, Scheiße. Weil du mir keinen Bonus geben willst. Jetzt haben wir keinen Liebeswerkzeug mehr. Was hat der Hebel hier gerade getan? Ist bei dir irgendwas passiert? Nein. Ist das Blut an den Schrauben? Wahrscheinlich kalt und verheiratet. Ist das Blut? Ist das Blut? Ja, ich guck mal, ob ich auf die biswerbe. Ist das Blut? Ist das Blut? Ja. Ist das Blut? werkzeug hast du du hast gar keins bei keinem von deinen krägern oder doch deswegen ja ich habe ganz viel dieses werkzeug deswegen stand ich da gerade vor der tür und habe gesagt und zu mir bitte ein liebeswerkzeug geben kannst damit ich dir nicht öffnen kann ich habe da nur zum spaß gestanden natürlich ein liebeswerkzeug ganz viel du weißt dass das mit 30er tür warne die auch ich jetzt nicht so einfach geöffnet krieg die kiste wandert erst mal in die unterhose dann ins lager sie mal den hebel ich glaube das bringt nicht viel und hat das irgendwas geändert es ist einfach nutzloser hebel wieder aufgestanden hier oder sterben sie nur erneut sie sterben nur erneut ja durch die tür kommen wir nicht durch es ist immer noch gibt ich gucke moment jetzt richtung zurück in Kalapostur ah cool ich weiß was geöffnet hat was der Hebel macht ok was macht er? irgendwo hier müsste irgendwo an der Osttür müsste jetzt hier ein weiterer Hebel aufgegangen sein beziehungsweise ich habe ihn ja in die Ursprungsposition wieder zurückgesetzt das heißt ich weiß nicht ob er jetzt gezogen wird oder nicht irgendwo hier nahe der Osttür soll jetzt angeblich was aufgegangen sein die Tür vielleicht vor der Knopf schon zu war oder? ja ja vielleicht hm wirst du mal hintergehen und den Hebel betätigen und ich gucke ob hier was passiert oder? ja sicher der Rest muss einfach gut sein hm 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 wenn ich hier irgendwas am Feuer anzündet geht das auch sofort wieder aus das schicht in den Gift geschuldet ich habe jetzt gezogen jetzt müsste ich hier ich habe jetzt gezogen ich tu wie man sie nichts regt ja soll angeblich hier im Gift-Zombie-Raum sein mhm hm hm hier ist wohl nichts hier ist wohl nichts tja egal gehen wir weiter ja nein nix egal das hier ist ein spiel das spiel wenn du jetzt einfach nur durchkennst ja wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwie eine Idee hast dass du eine Lösung dafür findest dann können wir das machen aber wenn wir das nicht hinkriegen können wir noch eine Stunde sitzen ach man manchmal nervst du mich wirklich sehr mit deiner Art ja dann find doch dann dann beträgt doch den Hebel dann mach doch hm 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 ja hier vorne sind keine sage ich dir ja man würde es wahrscheinlich sehen wenn nicht der ganze Raum voller Gas wäre ich kann ja auch legit nichts auswählen mach jetzt fack die Feuerschale an ich seh hier nichts das wird nicht lange gehen die Feuerschalen gehen halt sofort aus wenn du das dann machst ja das nervt das nervt mich so sehr es ist hier was hier sind irgendwo versteckte äh Schalter die uns dann durch die 30er Tür bringen wo wir sonst keine Schacht haben hm hm Das heißt hier müssen irgendwo Hebel sein, die verschlossen sind. Was man nicht sehen kann, weil hier nichts irgendwie Licht hat und alles voll mit dem scheiß Gas ist, den du nicht siehst. Hm, ja und du hast die Tür geschlossen. Ja ich weiß, das war Absicht, wenn ich hier irgendwas vielleicht sehen kann. Ich find's auch toll, ja cool, das ist der eine Hebel, der andere Hebel. Öffnet aber niemand zeigt, wo die anderen Hebel sein sollen. Hier, Complete Guide, YouTube. Werbung, cool. Nein, ich möchte der Bundeswehr nicht weitergeben, danke. Hast du kein YouTube Premium? Nein, aber automatische Untertitel, weil es ist eine deutsche Werbung. Hm. Keep verbunden, Stich Resultanz. Nein, ich möchte auch keine KitKats, danke. Was ist denn das für dämliche Werbung? Hoppla. Bitte super. Ich bin ganz rapprocknetcono. Er hat endlich was Russland mit dabei gefunden? nein es gibt ein gift was du mitnehmen kannst okay so der level ist in der falschen position gewesen im elixir der hügel riesen stärker mitgenommen okay interessant der hebel war anscheinend in der falschen richtung das heißt ich gehe jetzt noch mal hin siehe jetzt noch mal guckt dann ob die tür aufgeht nehmen aber das gift vorher mal mit was hier noch ist und dann gucken wir mal wie es läuft schau auf langsam zu nahe oder weniger so das hier das hier kiste haben wir im etat und sie ist nicht mehr zu weit weg ist aber gut mach du mal Osttür Sachse also Osttür Sachse also die Osttür die sich im Norden von dem Raum befindet Kohl wir können in den anderen Raum Fantastisch was gibt es hier tolles Kerzen Leichenberge und ansonsten weiß ich nicht was hier ist noch ein Knopf das ist eine Schlucht da können wir runter das könnte gefährlich werden Moment darf ich nicht runter schubsen Nein bitte nicht Oh warum denn? Weil ich da dumm sterbe Ach komm du hast gerade gespeichert Ok danke ich bin tot Ja du stirbst Und im Wege noch kommt Lade einfach neu Danke für den Tod Es war Es war Es war mir ein Bedürfnis Entschuldigung Ich hoffe es liegt jetzt Wunderbar Weil heute das alles super geht Es könnte sein dass wir ein Problem haben und das da schmiert Es hat bisher gut neu geladen also Also gerade tut sich gar nichts Ja sind Lass es doch mal laden Du bist heute so ungeduldig Siehst du 25% hat es doch schon Bei dir? Ja beim mir jetzt auch bei mir jetzt auch bei mir jetzt auch Ja, es ist wirklich sehr lang. Ja, es ist interessant genug. Na also, auf geht doch. Ja. Ja. Ja, ich habe halt keine Option zur Selbstheilung. Ja. Ja, kurzzeitig. Ja, ich bin schon bei 75% diesmal. Ja. Ja. Ja, gut. Wir machen jetzt nämlich folgendes. Ja. 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 Was görüşlt Geld hittpen? Ja. 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 Wo ist der Schatten? Wo kommt der Schatten her? Ich habe keine Ahnung. Kann mit Karl auch jemand hüpfen? Das ist 50 tp. Soll ich das machen? Ja, ich habe da noch 5. Was soll es? Es sei denn, sie wird jetzt angegriffen vom Schatten, der neben mir liegt. Das wäre... Du bist tot. Hier. Kann doch gleich auch. Ja, alles so ein bisschen suboptimal. Der Schatten ist nicht erreichbar. Ich weiß nicht, wie viel Geld haben wir hier. Ah, 0. Schön. Hast du noch Geld, um die Charaktere zu bringen, wenn jetzt hier mehrere drauf gehen? Ich habe 1584 Gold am Inventar. Alles klar, du zahlst. Natürlich was sonst. Auch gleich kann jeder Picks tun. Die Steilmessler waren. Ich gehe sowieso davon aus, dass Karl auch jetzt auch gleich stirbt. Ach, die hat noch Heidränke. Die wir dafür verschwenden können. Ja, aber die Schatten sind relativ stark. Passt schon. Wenn jemand weiß, wo er ist, das heißt... Wenn ich den Finder... Vorher einfach mal blind hier hin. Er ist nicht auf dieser Linie. Da steckt ein Zauberz. Mhm. Ah, ja. Da unten ist er. Steht in der Säure. Ich glaube ja. Säure sichtbar. Na komm mal hin. Ich kann vielleicht auch treffen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ein Crit, immerhin. Ein Grit, immerhin. Ein Gitter, glaube ich, noch. Ja. Ich muss kein Körder verletzen. Was machst du, Körder? Oder du erledigst das. In der Zeit. Dann machen wir dich eine lange Raste und holen dich zurück. Äh... ja, Moment. Ich bringe noch kurz den Kunde... ich hier mal kunden eben runter und jetzt rucksack nix drum man muss übrigens man muss übrigens nur wissen wie man verdächtige spalten sagt verdächtige spalten sind immer gut bin gerade durchgegangen hier wo zum hinkern bin ich hier draußen hier bin ich da können wir nicht weitermachen da gibt es gleich einen interessanten kampf da sind fischer fischer also ich bin schon mal im lager georg hat man es da kann ich dich wiederholen da musst du nur darüber springen irgendwie weiß nicht ob du das irgendwie schaffst mönch kann sehr gut springen das wichtigste weiß austarion runter zu kriegen ich hoffe einfach mal dass die summons irgendwie folgen er weiß nicht ob er es da noch folgt den habe ich gerade runter geschmissen also habe ich gerade springen lassen sowohl wegen seiner kregen ausrüstungslast und gepläst hat nur die hälfte verloren wo ist eine gute wiederbeleber keine ahnung im zweifel sucht nach dem mädchen das mit ihm redet ich habe keine ahnung du wirst also doch nicht wieder verlebt ich guck gerade selbst er wird als händler icon angezeigt also das ist relativ obwies dann ja aber hier oben ok tatsächlich einfach nur nach dem mädchen versteckt sich ja moment war sehr gut wieso redet der jetzt mit mir über mein sexual leben das tut das tut er immer wieder mein liebes leben geht euch nichts anskeletz erinnert dass in time all becomes dust und boh ah ja fate spinnst allein möchtest du eine neue alli oder vielleicht eine resurrecke Ich möchte über Mietlinge reden. Ich möchte statt Mordi ein. Ich würde auch Mietlinge übernehmen. Das ist der Preis der Balance. Leider hatte ich den Kompf, dass ich einen Willkommen bin. aber ich werde sehr gut auskommen. und ich werde dann mit dem Archive aktivieren. Ich gehe! In der klassisch hat, ich werde dann das klatsch und treiben. Ich werde das klatsch, wenn du den das klatschst? Hey, wo ist deine Mutter und die Pappen? Wieso? Wieso? Dann zeige ich dir, dass ich diese Weinen zeichne. es gibt so einige sachen nicht nur nicht genutzt habe ich weiß wenn ein ganzes gameplay besteht aus ich sehe gegner ich schlage mit schwert ja es wird so jetzt komme ich bei euch keine ahnung also ist hier gespalten zurück da ist nichts mehr wir können jetzt hier in der hütte wenn wir die hütte gehen können wir können wir die truhe öffnen und haben wir hier ein paar fische die wir besiegen können du darfst mal die truhe öffnen darfst gerne reingehen ich stehe dann mal hier ich warte auf dich ich bin froh ernanzen zu können gabel ist immer noch da wir brauchen nur ein paar neue leichen für die skelette die sind jetzt irgendwo da machen skelettsachen ich warte hier auf dich alles gut wir sind da ich platziere mich mal hier und du gehst in die hütte gehen die hütte rein oder so es wäre taktischer gewesen und gewesen wärst aber was soll es wir sind sowieso überrascht da sind wir in der hütte gewesen da ist eine truhe zum luken jetzt vor allem der eine dicke gegner das ist der hauptling von denen das ist der nevermind dann darf den schattenflug nicht mehr haben können wir uns hier relativ frei bewegen ansonsten wäre es ein bisschen kritisch gewesen wir haben ja den pixi befreit überrascht karna ist aber nicht überrascht die stehen in der schönen feuerball position ja ich stehe auch daneben also ja du kannst den feuerball frei platzieren ich weiß dass wir in deinem leben noch nie benutzt aber doch habe ich aber der radius ist dann weiß man den frei ja und du kannst ihn komplett frei auf der karte platzieren sollten nicht deine gegner deine charaktere getroffen werden ich stehe gerade mitten in ihm aber mach du mal einer weniger ich kann mich da nicht weg bewegen ich bin gefesselt ja ich mache jetzt erst mal den roten fertig grün hier haben wir einen fisch eine weniger grün hier haben wir auch noch dabei ich bin gefesselt ach ja den haben wir auch noch dabei ja dann komm gabel so wie gesagt ich stehe in einer sehr schönen feuerball position gut dass wir hier sehr gut sind ach kümmert ich nicht im karmel im karmel äh doch weil dann kriege ich den ach scheiße wir stehen zwar gerade im mobbingkreis im karmel herum aber auch so ist ist er aktuell blind oder was nein er ist schutzlichter bedroht und näher ja komm scheiß auf die männer dann kriegst du hin ja das funktioniert ich versiere manifestieren nachher 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 Das ist mir ein bisschen im Zug. Noch was dazu. Noch einer weniger. Ja, die kriegen wir schon. Brichst ein Höfling hin? Das ist kein Problem. Okay, ich hab hier auch drüben. Der ist weg. Ja, der Häuptling ist auch weg. Der Typ ist auch gleich weg. Ich bin hier drüben. Ja, ich hab so 5 Angriffe in der Runde gemacht. Gekabel ist dran. Ja. Na, feinziehen machen wir nicht. Hier vor den Griff. Lenkt einfach ab. So, er kann sich nicht bewegen Irgendwann, wenn wir jetzt von hier aus nach dem Kampf den Berg hochgehen, dann sind wir direkt an dem Eingang zum Schartempel So Ein Angriff Zwei Angriffe Einer weniger Hier sind noch Leute Vier Angriffe Noch einer weniger Vielleicht gibt's Fischstäbchen Fünf, sechs Angriffe Fünf, sechs Angriffe in der Runde Aha Hier sind noch zwei Fischstäbchen Naja, die sollen da ruhig sein Ja, drüben ist keiner mehr Nö, drüben müssen alle weg Okay, dann geh ich mal hier rüber Ein Angriff Zweiter Vierter Vierter So Und jetzt looten Die haben Perlen dabei Ja Looten mal die Perlen Und geht Ich guck mal, ob der Häuptling was interessantes dabei hat Lostiges Zeug haben die bei sich Oh Oh Blitzgeschnapper Ein Verschrumpf Oh, ne Wurfwaffe Schade, er ist leider nicht gebunden Der kommt nicht zurück, schade Gut Gut, ich check mal eben, ob die Leichen Als Funktion Funktionsfähige Leichen Ich glaube, die sind nichts Die Sachen, die wir verkaufen können Ja Jaa, die erstmals nicht zum Beispiel Perlen amoled rein, Perlenregeneration Gehen spellslot Einmal 3 Skelette gute Halskerde wieder ran Ich hab ein bisschen was zu verkaufen Wie kann ich den da finden Ja, soll ich ne kurze Rast reinhauen du bist überladen ich hab den captain aufgewogen warum wollte ich ins lager packen warum einfach so immer kurz im lager da ist gleich eine kurze rast rein wenn du nichts dagegen hast wenn ich mich auch trifft und ich während ich im lager bin ja trotzdem natürlich ich gehe mal hoch und wollen wir da schon rein oder machen wir das später wir machen erst mal das haus der heilung wie gesagt damit sie mir da waren wir noch nicht dran ist durch damit meinte ich das gebiet rundherum auch ich gehe schon mal hin und gehen die konversation mit raphael warte ich komme du kannst hier einfach zu gucken wir würden uns mit dem anfreunden also sagten das war für ihn den teufel alle dingen das können wir machen die können wir hier überreden zurück in das müssen wir sowieso für astarion die themseln und gut würfeln kommen wir ihnen ja dazu überreden dass er sich selbst tötet und bis es ist perfekt ich bin sehr nah, du bist, du wissen, in meinen Weg ich denke, dass es nur fair zu erzählen, dich über die gefährliche vor allem oh we both know they are soon to be revealed it would be pointless of me to try to buy you from entering but I can set the scene as it were prepare you for your role there is a stage down in the dark upon which a great drop it's act if you however through the dark go creeping and awake what is I can not see each other chances are many more graves than yours alone will soon be fed very well there is a creature that lurks in silence and should it make its way out through the very doors you are in truth it is carnage incarnate so if you meet the devil of which I speak kill it consider no other action believe me I you have it in you to author do not underestimate this wait before you go I have a proposal of my own a proposal if you're hoping to taste my blood little gambling think again it burns hotter than wyvern whiskey this is serious business devil my old a long time ago someone carved some ruins into my back I'd rather like to know what they say it's something of great importance to your master but is it a love letter I already know what they say it's going to happen morning or I'm going to be interested in you I can give you more more details and I will once the beast that lurks below is vanquished and sent back to the hell then we have an understanding I look forward to scars of yeah let's do this with the actual the thing that we would do yeah that's too much just here I will get up Yeah, we will not do this today because this will take too long Das ist ein eigener Stream. Oh, wir können durchs Achter rein. Ins Heilhaus. Hier ist ein Wegpunkt. Da gibt es ein Zimmer, wo du rein kannst, wo du nur ein bisschen was tun kannst. Ja, ja, da bin ich mal drin. Ich bin bereit da drin. So, und ich nehme die Kiste mal ins Lager. Dann können wir sie kaputt kloppen, gleich. Hier ist auch noch eine Kiste. Ja, ich packe sie ins Lager, wenn wir gerade leider keine, ein liebes Zeug. Das Portrait einer Frau. Und hier ist der Eingang zur Bibliothek. Wir können theoretisch auch einfach alles machen und dann von hinten zum Doktor gehen. Wollten wir das machen? Ja, warum nicht? Liebes ein Fahrstuhl runter. Scheiß auf den Fahrstuhl da unten. Ich jump die erstmal schön hier rüber. Okay. Und wie du meinst? Ja, dann können wir schön ausmassen. Schleichen wir uns von hinten an. Also theoretisch könntest du jetzt auch zur Krankenschwester. Daneben bin ich ja eigentlich ganz nett. Wollen wir? Das ist eine Händlerin. Ich weiß. Eine von den... Stimmt, du wolltest eine Händlerin. Ich habe ein bisschen was zu verkaufen. Das können wir machen. Dann gehen wir doch zu ihr. Sie ist doch nett. Ich quatsch mal mit ihr. Ich weiß, dass ich das machen kann. Oh, das Körper, das sie arbeitet an. Das ist Arabella's Vater. Und er hat mich bestellt. Ich bin eine Meisterin der Naturmedizin. Ist ja zumindest teilweise so richtig. Ah, das war die 24-Jährige. Aber ich bin nicht einer, die die Doktor's Methoden zu fragen. Nehmt ihr etwas von mir? Warum waren nicht ihr eine Weiche, wie ihr sich sehe, habt ihr Medizinschor. Aber ich kann nicht was auch machen. Ich will dir was, was ich kann. Und dann... Aha, ok. Druine tröschen. Und 2-4-Moder-Druine. 21. Gut. Ich will die ganzen Müll hier verkaufen. Ich loote die beiden. Wen lootest du? Der Ritterstone, brauche ich die noch? Ich habe ja eigentlich jetzt eine bessere. Wenn du eine bessere hast, dann hau weg das Ding. Obwohl... Wir können nicht. Funke Hände brauche ich die noch Prinzipiell nicht Ja, ich habe auf jeden Fall das Ammonett von ihr, damit wir es den Mädchen geben können. Diesmal sind wir offen und ehrlich zu ihr. Dann holt sie uns nicht ab. Hoffentlich vielleicht. Ich weiß es nicht. Das Ammonett behalte ich manchmal noch. Soll ich die Rüstung verkaufen oder nicht? Wir kriegen später noch eine Rüstung, falls sie einen haben will. Ja, was kann eigentlich die Schwester hier hinten? Ich rede mal mit dir. War sicher nix. Schlangenzahntoxin Mal ein bisschen Nahrung Okay, ich habe mittlerweile einen Geschwindlichkeitswert, der gut genug ist, um mich in Plainsight zu verstecken. Aha. Interessant. Was? Okay, Asano, kommt einfach so durch. Offensichtlich. Interessant. Zwei in Rüstung. Okay. Bist du immer noch im Inventar? Ich bin immer noch beim Handeln. Warum? Er hat doch jetzt nicht so viel. Na gut. Ich bin schon beim Doktor. Hier hinten. Wo bist du? Was ist da drin? Redest du schon mit ihm, oder was? Nein, ich rede noch nicht mit ihm. Soll ich mit ihm reden? Außerhalb der Sicht. Ja, du sollst... Du bist der Charisma-Charakter. Ich werde so viel verkaufen. Auf gehts. Du kannst zugucken. Ja. Moment, ich erzähle mich aber lieber schon mal taktisch. Hast du das Achievement mit ihm schon? Dass man ihn zum Setzen bringt? Ja. Letzten Check verpackt. Dazu muss man... Dazu muss man... Dazu muss man... Also um das Achievement zu kriegen, muss man... ... alle seinen Leute ausschalten und ihn dann im Kampf besiegen. Also... Oh, dann habe ich das... Ja, komm. Geht Rudi, ich bin kein Student. Ich will mehr über das Buch lernen. Das ist dann klar für dieses Land. Ja, ja. Absolut. Absolut. Es geht nicht. Bist du nicht rein, aber ich bin kein. Ich will dich auf. Was soll ich machen? Nachforschung. Die Schwestern, die ihre Instrumente ansehen. Ich bin mir schon überlegen. Das du über Charisma mit weißt. Zeugen und Schwestern sind noch nicht bereit. Sie machen mich krank. Also wir machen dich zu meinen. Ne, wobei mache ich bitte noch. Den Uff? Ich mach dich nicht. Du bist jetzt die Ursache des einzigen Leits. Es ist meine Pflicht, euch auszulöschen. Dann greift man direkt an. Ich weiß nichts. Okay, Schwestern sind noch nicht bereit. So muss das. Soll ich ihn ausschneiden lassen? Oder sollen wir sich gegenseitig umbringen? Was meinst du? Das untere ist leichter. Natürlich schafft ihr Support. Die Szene lässt du bitte durchlaufen. Nichts duper. Es ist ein froh, wenn man die Gelegenheit so liebend ist. Ah, Gott. Du bist für ihre Begründung gebetet worden. Mit der gebeteteten Kürung. Zeig mir, wie ich... Zeig mir, wie ich fliege euch an. Ich würde mich damit lieber eigenhändig verdroht machen, wenn ihr mir zeigt, wie es geht. Du hast den Vorteil. Let's go! 26. Deine Gelegenheit ist exemplarisch. Sehr gut. Dein eigener Schalpel wird es sein. Observe, dann werde ich mich in den Scharren. Ouch. Ja. Jetzt können wir looten. Was hat er dabei? Eine ramponierte Laute. Ach du hast die ganze Zeit. Chirur Amulett der Unterjockung. Nachdem der kritische Treffer einmal pro lange Rast keine Treffer... keine Träger, wenn er einen kritischen Treffer gegen einen Humanoinen landet, das Ziel zwei Züge lang geben. Ich glaube das ist was für Kralach, oder? Ja. Potentiell. Ja, ansonsten... Mit einem hübschen Tränkchen. Mit einem hübschen Tränkchen. Das ist tatsächlich... Uninteressant der Rest. Interessant, die Waffenaktionen funktionieren trotzdem nicht von dem ganzen Zeug. fahrt. Man muss nur auf dem Hübschen schaden. Ich habe dachte, wir waren hier noch einig. Das ist wirklich. Ja, das ist doch ein bisschen krank. Nein, das ist doch ein bisschen krank. Ich habe nicht mehr krank. Ja, das ist doch ein bisschen krank. Ich habe nicht mehr krank. Ich habe keine krank. Ich habe nicht mehr krank. Keine Lachspitze mit einer ramponierten Note. Macht bei ihr sowieso keinen Unterschied. So wie sie spielt. Ich habe viel auf meinem Geist und sehr gut in sie. Du kannst ihn auch befreien und retten. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen für später hat. Aber wenn du ihn alle tötest, sonst lebt er noch und läuft nackt weg. Keine Ahnung, ob das noch irgendwas bringt später. Er hat ein Haus in Baldur's Gate. Ja, dann hat drei da noch den Verstümmelten. Ich töte mal eben kurz die Schwester hier hinten, wenn du nichts dagegen hast. Mach das. Hast du die Schwestern schon gelootet? Jaja, die sind drin. Ah, noch eine Spritze für Astarion. Jetzt kannst du doppel Spritze für Astarion machen. Es gibt keinen Grund dafür, weil, wie gesagt, die Dingens, da funktionieren ja nicht die Waffenaktionen. Wieso nicht? Du kannst damit nicht diesen Bonus-Schaden machen, du kannst sonst auch nichts machen. Es gibt eine... Es gibt eine Spritze, glaube ich, hier im Spiel von einer der Schwestern, die eine Waffenaktion hat. Die, glaube ich, sogar einen Bonus hat. Ich weiß nicht, ob du die schon... Ja, wenn dann... Wenn, dann funktioniert die bei Astarion einfach nicht. Mh-mh... 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 Mh... Mh-mh... und das müssen wir noch finden das instrument ist das die kaputte laute ich jetzt hier die ich kann auch die wir brauchen ja diese hat gespielt hat die händlerin auch auch noch kurz fertig machen ich mache die händlerin auch kurzen und gehen wir mit der laute zurück ja ich starte mit dem soliden für wirft los 60 karl ausgerüstet lassen oder kannst du gern warte aber noch wie gesagt ich mache kurz die damen fertig eine flöte die muss ich ja dann spielen wir brauchen die muss dieser müssen wir das dann spielen oder um die christmasse einfach nur hingeben ist trotzdem besonders im momentan aber ich will mal versuchen ja ich brauche noch eine flöte erfahrungspunkte möchtest du eine funkel hände wieder haben ja kann man noch mal verkaufen ich habe die ich gebe sie dir zu müssen bleiben uns genauso wie die statue einfach erhalten ich glaube ich habe die schon mal verkauft und dann nicht ja ja guckte immer wieder geld ich gehe ich gehe schon mal zum last light macht das wir haben da drin alles ich behalte die flöte so dann machen wir mal die piste mit helsen weiter wenn wir glück haben kriegen wir ihn dann sogar schon ins team theoretisch ich gebe mal eben dem kind das mir der von ihrer toten mutter aber wozu aber wozu brauchen wir wozu brauchen wir heiße in einem team als aktives ich bin schon droider wird ich würde ihn im lager lassen wenn du da nichts gegen hast ja natürlich um den jetzt mit aktiv mitzunehmen ich habe keine ahnung was ich antworten muss ich glaube nicht die mögliche option und zweifel gut die mögliche option sie ist diesmal nicht abgehauen nicht so hier ist man mit ich bin jetzt wieder da und offensichtlich habe ich tatsächlich geschafft was kann ich schon so okay ich rede gerade mal hier ruide macht sein droiden zeug laut zu hervorholen wie du gefunden hast und ein wenig spielen so du kann nicht spielen so du kann nicht spielen fantastisch du hast es zurückgekriegt wie ich habe mardos thorn getötet einen bösen bauer und sie seine leiche abgenommen ich musste ein zwei monster schlafen das spiel spielt jetzt keine rolle ich bin froh ich wohl auch zu sehen naja kühlt ist jetzt ein bisschen ja deinem water es braucht unsere Hilfe ich habe mich verloren in den Schatten so lange und ich habe einen Mann mit Thaniel er ist die einzige Grunde für mein Geist über diese die 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 er erzählt mir über jemanden erinnert jemanden du kennst ihn das kommt bei Dredgenborn sowieso ziemlich gut ich kann ihn weit holen bitte hurry Fanyol ist mehr als nur ein Junge willst du ihn jetzt ins Team nehmen für die Sache oder nein einfach ihm bescheid sagen er geht dann er nimmt seinen Wanderstab und geht los der Kurs wird nicht aufbauen er sagte Halston kann helfen finden wir ich bin gerade im Lager dann kannst du ihn gleich los schicken bitte dann warte ich hier mal zum Lager dann schicke ihn mal los ich warte hier auf seine Ankunft dann könnte ich dir auch zuhören wenn ich rauskenne wo er genau sein Lager aufgeschlagen hat finde ich ich glaube relativ weit hinten war der ich war ein bisschen abgeschieden von da hin ja da hinten hinter Will so schau mal zu schau mal zu schau mal zu schau mal zu er ist mit uns gekommen nicht jetzt nicht jetzt wir müssen den Kampf aktiv aktivieren ich finde es lustig dass wir dass wir immer da oben schon schweben sehen sehr gut ich bin er steht halt oben drauf Daniel hat gesagt, dich zu finden du musst ihm helfen bitte ich werde aber ich muss wissen, wo er ist wo er ist wenn ich in die Schattenflucht schluss wird ich ihn nie finden Da können wir vielleicht den Schattenflug aufgeben. Das war das erste Mal. Das hast du bisher noch nicht geschafft. Du hast einen Mönch mit Haste und einen Necromantor mit Rippen. Also im Dark Urge war Heisen einfach nicht am Leben. Im ersten Mal war ich einfach zu schwach dafür. Ich habe es einfach nicht geschafft. Lavender. Das wird eine Premiere. Sofern wir es schaffen. Weil das Portal zu verteidigen wird. Also den Kampf zu schaffen ist nicht das Problem. Das habe ich geschafft. Das Portal zu verteidigen ist das Problem. Ich habe den Kampf geschafft, aber das Portal war zu und dann war es vorbei. Ja, wir platzieren uns taktisch um das Ding rum und gehen nicht in den... Wir bewegen uns nicht vom Portal. Das Problem ist halt wirklich, dass das Portal nur zwei ins Spiel oder so. Du musst halt wirklich jeden Angriff... Das hat einige... Oder waren es 20? Aber zu wenig, damit du es dann... Nein, es kann halt nicht alles weg tanken. Deshalb müssen wir halt Charaktere unterführen. Du musst dich halt wirklich darum kümmern, dass da... Deshalb habe ich ja auch einen Necromantor mitgenommen. Ich würde es... Soll ich das Portal beschützen oder was ist denn so? Das ist meine Aufgabe. Aber... Wir beschützen das Ding alle. Ich werde Darkness um das Portal legen, damit die Nahkämpfer da nicht wirklich gut rankommen. Und dann... Und die... Und die... Und die... Und die Tentakel. Können auch helfen, oder nicht? Die Black Tentacles würde ich auf dem Weg vorher... Vor das Portal legen. Wir können zweimal Tentakels hinlegen. Ich habe es nämlich auch mal. Stimmt. Wir blockieren dann einfach den ganzen Weg aus. Wir sollten jetzt speichern. So, warte bevor du redest. Jetzt kannst du speichern. Und dann gehen wir in Positionen. Einer muss mit Heisen reden, um das zu triggern. Und der steht dann am nächsten am Portal. Und der muss dann das Portal beschützen. Ja, du kannst schon mal anfangen. Ich bin schon dabei. Wo soll ich mich platzieren? Wir können es danach nicht mehr taktisch sortieren. Modi. Ich weiß, ich kann es leider... Ich sehe da... Ich sehe den Dialogbildschirm. Ich kann nicht sagen, wo du hin musst. Okay, dann werden wir wohl drauf gehen. Erst da... Wir stehen jetzt alle auf dem Felsen hier. Hinter dir. Dann macht das... Dann machen wir das jetzt. Okay, jetzt muss es... Dann geht es so. Karnach ist jetzt erst dran. Ich bin vor allem zuerst dran. So Skeletten. Das Portal... 142 hat das sogar okay. So schlimm ist das dann doch nicht. Aber trotzdem... Nee, aber die Gegner machen auch einiges an Schaden. Und es sind super viele. So. Schützt das Portal. So, ich... Also mit Karnach greife ich sowieso erst mal nur an. Karnach ist... Ich dachte, das wäre jetzt nicht so. Okay, ich wollte nicht das Offensichtliche sagen. Aber na dann. Wir verteilen jetzt einfach die Scheiße. Aus dem Ding. Ich hoffe, dass das klappt. Du hast den... Du hast die Tentakel. Die könntest du hier vorst vorlegen. Das wäre... Und ich kann hier nochmal unten... Das wäre ich auch für die Nahkämpfer, die da hinten kommen. Die Schatten sind das gefährlich, weil sie sich botten können. Sag mir, wo ich das Portai hin... Und wo ich das hinlegen soll. Ich habe auch den Tentakel. Ähm... Vom Portal aus gesehen links. Auf der Fläche. Da werden die Nahkämpfer irgendwie aufsuchen. Äh, von welchem... Von hier aus links oder... Vom Portal aus gesehen. Wenn du in Richtung... Kannst du sehen, wo ich das hinlege? Nein, kann ich nicht. Aber ich lege auch welche. Pack sie einfach in die Nähe. Kann man jetzt auch von dem Bereich... Ah, hier so. In der Nähe von deinem, oder? In der Nähe, ja. Ich lasse jetzt einen steiniger Weg hierüber. Und du wirst es noch einen Zug haben zum Angreifen. Äh, nicht wirklich. Aber ich kann... Das hier tun. Ah. Auch gut. Siehst du? Da kommen die Jungs. Und deins hat... Da sind sie aufgehalten. Ja, da... Stehen die erstmal. Jetzt können wir uns um die Schatten kümmern. Jupp. Das sind die Pferde. Oh, da kommen Raben. Und die Tentakel dahin. Die sind ein bisschen nervig, die Raben, weil die... ... sich ein bisschen abdenken. Auf die Schatten und die Tentakel fokussieren. Wenn wir die Magie und ein berühbare Geist, könnte ich hier noch... ... vielleicht die Magie pflanzen. Ja, das ist sicher. Ja, die Flumps sind generell immer ganz lustig. Ich müsste ein Feuer... ... schmeißen. Die Schattenkriecher müssen irgendwie ausschalten. Die sind halt schon... Oh nein. Die sind nervig. Und die Vogel. Hier kannst du mit einem Großflächenangriff die Vögel ausschalten. Weil die sind schon... Sonst muss man die Einzelnen ausschalten. Das ist verbrochen dann. Na ja, schade. Es hat Bruno Schaden gemacht. Nur an einem Schaden. Ich hatte nämlich eine Wurfwaffe da. Ich fahre hin und dann... ... dass wir antreten. Hier wird das Suboptimal. Der Fall des Eis ist hier. In die Fernkampfer müssen wir am Anfang auch noch... ... in die Fernkampfer. Ja, das hat ihn auch erledigt. Machen. Schittie. Na toll. Ich bin halt gut. Wir machen auch scheiß viel Schaden. Achtung Schatten. Bei dir. Halt ihn weg vom Portal. Deshalb habe ich Astario und da platziert. Und er hat mir ein paar lustige Bühne. Und noch ein Schatten. Also ich nutze mal was, was ich schon... ... jetzt mal endlich machen sollte. Nicht schlecht. Ja. Ich feierballe mal die Nahkämpfer da hinten. Und das war's dann wohl. Die müssen wegkriegen. Die müssen wegkriegen. Wir sind da und Bogen schützen. Die müssen weg. Ja, du hast halt deine schwarzen Centarki-Scheiß platziert. Ja. Ich habe das ja eigentlich nur für Difficult Terrain und für... ... wesentlichweise als Fireball-Opfer. Die Fernkämpfe können halt auch ohne... ... dass die Raben nicht zum Portal kommen. Dass die... Die können halt... ... dass die... ... können das Portal... Die Raben kommen nicht. Für die Raben habe ich den Mönch und die Skelette platziert. ... ich kämpfe hier weiter gegen die Schatten. Ich habe offensichtlich ein äußerst... ... äußerst... ... äußerst gutes Displays. So, Schatten weg. Ich kann hier noch einen Funk setzen. So, wer hat... ... Fernkampf, du hast Fernkampf. Ich hätte seinen Funk. Du bist weg. Noch irgendjemand mit Fernkampf? Ja, du. Ich halte die Raben aus. Die Raben sind kein Problem. Du hast es gerade gesehen, wenn die irgendwie da nahe kommen, dann werden die von Astarian oder dem Mönch weggemacht. Das Portal hat momentan noch... Ja. Das sind auch nur Worte von Gegnern. Meine Fresse. Dann... Kannst dann Gruppenangriffen, Flächenangriffen, Feuerballen und so. Auf die ganzen... Gerade stehen wir oder weniger. Ein riesiger Feuerball wird das Ganze jetzt anzünden. Ja, mehr habe ich gar nicht... Ja, mehr habe ich gar nicht... Ja, mehr habe ich gar nicht... Ach, jetzt sind wir heilig. Drei Züge müssen wir noch. Und Feuerball sagt, du löst das Ganze ganz gut auf, dann Feuerball sind wir dann. So, die Doge ist weg. Ich kann noch einen Spieger reinhauen. Hier sind zwei Schatten beim Portal. Da müssen wir uns irgendwie... Die Scharfschützen sind weg. Lass uns jetzt erst mal die schwarzen Tentakel machen. Die Scharfschützen sind schon lang weg. Ich habe da hinten gerade einen Feuerball reingeballert. Rabe kommt zum Portal. Rabe greift das Portal an. Ja. Ja, weil ich das Astarian minimal bewegt habe. Zwei Nahkämpfer sind durchgekommen. Nicht gut. Drei Nahkämpfer sind durchgekommen. Ich habe hier noch zwei Schatten, also ich kann mich nicht um die kümmern. Also... Ja, die kommen aber auf... Die kommen auch auf deine Seite. Und ich habe drei Schatten. Da habe ich mit den Schatten sehr viel zu tun. Vier Schatten. Geil. Okay, das wird's. Nein, Astarian kann noch ein paar Feuerbälle werfen. Du musst dich um die Nahkämpfer kümmern. Ich kümmere mich um die Schatten. Alles klar. Gut, Flamme ist raus. Let's go. Ich hoffe, dass die sich nicht unsichtbar machen und... Teleportieren. Mach die Nahkämpfahne. Alles klar. Ja, ich mache erstmal den hier. Dann... Zwei Runden noch. Ja, ich habe Alchemistenfeuer. Ich misse ein Feuer auf die drei. Ja. 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 Ich halte hier weiter die Schatten beim Alz. Ja, ich Fireballe. Alles gut. Das waren die Nahkämpfer. So, die werden getentakelt. Dann ist durch. Zwei über der Hälfte. Ja, der eine kommt dann... Ich habe hier eine Doge und Schatten. Das erledigt dann der Mönch. Der alt ist halt nicht. Aber den kriegst du. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, einer weg. Ja. Ich kann hier einen... Okay wir sind beide fast tot. Karla und ich gerade nicht so gut. Uns geht es hier hinten noch relativ gut. Die kommen dann alle zu dir hoch und ich gehe noch nicht mehr. Karla fliegt. Ist nicht offen, ist nicht so gut. Verstricken bringt das irgendwas? Ne ich gerade nicht so wirklich. Das bringt was. Noch eine Runde und dann kommt das schaffen wir. Ja die Spurten. Das heißt ja einer ist durchgekommen. Haben wir. Haben wir. Oh er ist eine Triade. Die Szene habe ich noch nie gesehen. Aber etwas ist falsch. Tragvollerweise falsch. Nein. Sag nicht. Ist er tot? Wir müssen Tanny an einen sicheren Ort bringen. Schattenflug ist stark wie hier und hier. Ihr Plan ist gescheitert. Ja. Ich bringe ihn zurück zum Camp. Er wird sicher mit uns sicher sein. Ich muss ihn überprüfen. Ich muss verstehen was falsch ist. Es ist fast wie etwas von ihm ist. Ich muss ihn überprüfen. Ich muss ihn überprüfen. Ich muss ihn überprüfen. Ja klar. Das ist gut. Zum Gegner looten. So ja. Wir haben von einem Loot. Hoffentlich. Aber woher die haben nichts. Oh. Die Flankerrüstung. Ich nehme erstmal. Kann man verkaufen. Wo hast du da? Ja. Ich habe mal einen kleinen Scheiß. Den können wir dann verkaufen. Und ich hab nur. Ingensten Fall gefunden. Liefergaben. Ich nehme erstmal alles mit. Zum Verkaufen. Dritte Rüstung. Öl der Verbrennung, es hätte uns sehr viel geholfen. Ich bin schwer im Bananen, aber was so ist. Nehmen wir mit. Thema verkaufen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ah, die Rüstung, die dritte Rüstung kann ich nicht mehr tragen. Da muss K. noch weiter looten. Dieser Leichenhaufen. Wo ist die Ritterrüstung? Wo ist die Ritterrüstung? Ich glaube nicht tragen konnte. Hier ist er. So, ich bin auch stark gegangen. Das heißt, wir gehen handeln. Wir gehen mal schleichen. Wir schleichen mal zum Händler. Wer jetzt erstes da ist. Hauptsache es ist nicht, dass Paladin schleichen. Von wegen, du wirst dich entdeckt, wenn es keine Zeugen gibt. Hä? Was meinst du? Irgendwann auch eine ganz gemächliche Wanderung. Alle Leute umbringen. Der Händlerin ist da drüben, oder? Ja, der Händlerin ist da hinten. Ach, hier ist noch eine... ...beute Stelle. Wie kannst du, dass wir schneller sind? Ihr seid vorher losgelaufen. Ne, ich habe noch eine Runde gemacht. Ich habe noch mal was gebootet. Sind tatsächlich später losgelaufen. Oh. Ah, wir sind wieder im Bereich von Sylvanos Segen. Gehst du zuerst handeln? Sieht so aus. Ich bin schon handeln. Ich bin auch mal da. Oh Gott, mein Blut, das ist schwer. Ein Kurzpunkt für selbst braucht man nicht mehr. Den Spaß brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben kein, äh... ...Bed, Baden... Äh, kein Dingens da. Brauchen wir auch nicht mehr. Für jetzt das Ring des Handelns brauchen wir nicht mehr. Die Kosen, wir waren lieber, haben wir als Gegenstück nicht. Schmuggler, wir brauchen da. Steintrutsch, Stiefel brauchen wir auch nicht. Die Fischerhandschuhe auch nicht. Das ist mir egal. Gehalte dich mal. Ich darf nur nicht so viel Schwachsinn verkaufen. Ich bin immer noch ein auf Werfen basierender Charakter. Nur so viel, dass du wieder schnell laufen kannst. Ja genau, und halt das Wertvolle. So. Oh, 1300. Kann ich handeln? Sofort. Ich hoffe, ich habe mir noch eben die Health Potions wieder aufgefüllt. So. Sie dürfen handeln. Ich muss erst mal hier. Ja. Ja. Die hättest du irgendwann mal verkauft. Hat ich noch irgendwas sinnvolles, was ich tauschen soll? Ja. Halbschattenrüstung. So viel Krams hat sie tatsächlich gar nicht mit. So viel Krams hat sie tatsächlich gar nicht mit. Okay. 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 So viel Krams. Okay. 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 Wie, da ist es, wie ein kleiner Junge ist. Äh ne, das wurde gesagt, aber... Ja, aber nicht so ein kleiner. Aber das ist ein Träade, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm. Kala ist ziemlich tot, also wir brauchen auf jeden Fall eine Lange Rast. Ja. Ich bin mal hart und gern. Nur for your information, Druiden sind Fädenwesen, er könnte auch genauso gut 10.000 Jahre alt sein. Aha. Gut, ich würde dann mal kurz zur Quest gehen und dann... Ja. Kannst du ja zuhören. Mach ich auf. Wo bin ich tatsächlich jetzt? Ach hier. Alter, ihr spürt. Ich habe herausgefunden, was mit ihm ist. Die Schäden haben ihn in zwei gelegt, als sie ihn weggebracht haben, die Schädenflüge. Die Hälfte seiner Essenten restete hier, vor der Kurs. Was hinter ihm war, wäre das stärkste Teil. Aber nach all diesen Jahren in der Dunkelheit, muss sich die Korruption behalten. Ich hoffe mal nicht, dass das der Junge ist, den wir im Haus umgebracht haben. Welcher Junge? Der eine, der sich teleportieren kann. Das könnte sein. Das wäre ja suboptimal. Dann haben wir ein Problem. Irgendwo liegen lassen. Dann haben wir durchaus ein Problem. Es ist sowieso einfach und nicht. Oh je. Er sagt nicht, das ist er. Ich glaube, ja. Gut, ähm, also kommen wir, wenn du möchtest. Jeder Moment geht. Und ich habe schon viel von dir gefragt, ohne den Schattenfluch zu bringen. Wir können ihn jetzt als Teammitglied nehmen. Einen Schattenfluch schafft man nicht zu beheben, oder? Ist das richtig? Nein, wir haben leider jemanden getötet, den wir nicht hätten töten sollen. Und schon wieder. Oh nein. Shit. So ein Trick. Das sind solche Idioten. Wo hätten wir das denn wissen sollen? Der Kenner, der hat genervt. Dann haben wir ihn, glaube ich, gemeinsam fertig gemacht. Wir können ja nochmal hingehen und gucken, ob das dort, ob das... Ja, nee, ich habe seine Leiche mitgenommen. Ich habe sie nur irgendwo fallen lassen. Vielleicht können wir seine Leiche noch mitnehmen und dann irgendwas. Kann ja... Ich will nochmals zum Haus der Heilung. Wo hast du die ungefähr fallen lassen? Irgendwo in der Nähe vom Haus der Heilung. Dann müssen wir da mal hin. Ich will was von dir reden mit dem Hund. Finden wir die noch und bringt das, was in der Tod ist und... Ich weiß es nicht. Wir sollten es zumindest probieren. Und ich bleib hier. Ich gucke mal, ob auf dem Bett was passiert ist. Ich weiß es nicht, wenn es so ist, dann haben wir gleich Glück. Er trankt, sprichend mit dem Tieren. Es ist in der Tat. Was in der Tat? Es ist in der Tat, Herr Junge. Ich gehe mal kurz hin und checke, ob wir die Quest verpackt haben oder nicht. Aber wir können Heldsinn ins Team nehmen, das ist schon mal cool. Das bringt uns nichts mehr. Ich hätte es auch so gerne noch gesehen, dass wir die Quest zu Ende bringen, die Schatten frugt. Ja, nee, offensichtlich nicht. Versuche, ihn zu finden. Vielleicht kannst du die... Vielleicht kannst du die Leiche irgendwie noch... Vielleicht können wir ihn wiederbeleben. Nee. Hat das daran nicht einen Wiederbelebensfluch? Wir haben auch einen Todesgott in unserem Lager, aber der tut trotzdem nichts. Die Map lädt nicht. Versuche, ihn irgendwie wieder zu finden. Ja, die Map lädt nicht. Dann warte kurz. Aber Haus im tiefen Schatten. Vielleicht ist er jetzt doch wieder dort. Vielleicht kannst du mal versuchen, dort hinzugehen und dort... Das wollte ich gerade. Ich kann aber nicht hin, weil die gesamte Map nur aus leeren Flächen besteht, weil... Wahrscheinlich dein PC einfach richtig scheiße ist heute. Ich versuche es selber nochmal. Dann warte kurz das Date nochmal nach. Ja, hat es nicht. Und ich hatte bisher auch nicht das Problem, also... Und bei mir ist es alles da. Ja, ich guck mal, vielleicht... Ich habe das Problem, was du gerade hast, nicht. Und wie ich sage... Ja, cool, bei mir... Ja, bei mir ist es halt das Ganze weg. Ich gehe mal kurz in die Lager zurück, aber... In welche Richtung muss ich... Ich glaube, mein Spiel ist komplett im Alltag. Meins nicht. Da musst du vielleicht neu joinen, im schlimmsten Fall. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, gerade... Ah, ne, ich habe keinen Load Screen of Death. Aber hier lädt auch nichts. Cool. Da musst du vielleicht nochmal ein Spiel beenden, einen neuen Namen. Ich beende das Spiel, schenke mir nochmal eine Einladung. Aber bei mir läuft es. Was ist das denn für eine Scheiße? Da liegt es eher an mir. Wenn es bei mir läuft. Ja, offensichtlich. So, ja, jetzt haben wir hier einen Questmarker. Jetzt haben wir eine kleine Chance. Ja, wir sind nicht die einzigen Idioten. Das weißt du nur, ja? Hm? Mein Spiel startet nicht mal mehr. Okay. Das ist nicht gut. Irgendwas ist da... Ja, irgendwas ist da gerade komplett. Wir sind die Neustart. Steht. Okay, jetzt nicht die Rechner neu starten. Ist jetzt komplett bei dir alles abgeschmiert, oder was? Ne, Discord funktioniert, Internet funktioniert. Ich guck mal ganz kurz aus Spaß, ob andere Spiele... Ich guck mal etwas davon, ob andere Spiele funktionieren. Ja, bei mir läuft hier alles flutzig. Ah, mir liegt es nix. Ja, an dir liegt nix. Ich weiß. Ähm, wo zum Henker... Wo hast du die Leiche fallen lassen? Hier ist er scheinbar nicht. Könnt man das doch auch besuchen, aber... War das wirklich der Junge, den wir hier... Ja, das ist die Questmarker. Der Questmarker ist ja auch hier. Ist ein bisschen... Äh, wir haben es sowieso verkackt, äh, dass die Queste sind nicht mehr lösbar. So ein natürliches Schatten... Wie konnten wir das denn... Wie hätten wir das denn ahnen sollen? Hätten wir nicht. Wir haben halt die Questkette kaputt gemacht, aber wir können Hells in Steam nehmen. Das ist schon mal was wert. Ja, ich glaub Steam ist einfach im Arsch. Ich muss den Rechner mal neu starten. Mach das. Ähm... Ja, cool. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt halt leider Windows-Updates, das heißt, ich werd erstmal ne Weile weg sein. Ja, ich kann ja ohne dich schon ein bisschen weiterspielen. Soll ich doch schon mal ohne dich weiterspielen? Ja, mach ich halt... Okay, kurz im Masodeum. Ich suche jetzt einfach mal... Ein kleiner Hinweis, wo er ihnen hat fallen lassen. Und aus der Haltung, das wäre halt auch gewesen. Das ist halt schon riesig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den hier noch finde. Ich hab's dann wohl in der Haltung. Ich hab's dann wohl in der Haltung. Ich hab's dann wohl in der Haltung. Verhängen lassen, der Regen. Mal. Jetzt mir auch nicht gesagt, wann er's getan hat. Monster Rennung, beim Monster Rennung 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 Monster Rennung, biochannels Das klingt ja gar nicht gut. Und was schreib mal kurz Modi. Ich bin zurück. Und bis zurück hieß der Typ Locker. Ja, äh, nö. Das ist der Vater von der... Okay, ich habe einen Schick namens Locker gefunden und zurückgebracht. Es bringt sowieso nichts. Wir sind am Arsch. Die Bestes nicht mehr machen. Wo ungefährste Wachen welcher hast du ihn abgelegt? Ich weiß es nicht mehr. Bevor der Gruft vor dem Leichenhaus reingegangen sind? Möglich. Du hast mir halt auch nicht gesagt, ich leg das jetzt ab oder so. Doch, hatte ich. Aber es ist untergegangen wahrscheinlich. Ich habe es nicht gehört. Das Spiel startet auch nicht mehr. Gar nicht mehr. Das Spiel startet auch nicht mehr. Steam scheint im Arsch zu sein. Das ist schlecht. Ich starte mal Steam neu. Ich habe halt gehofft. Ja, vielleicht noch eine Glock-Galaxy wieder hier. Alles an Ramm frisst. Ich suche halt gerade ums Haus der Heilung rum. Ich bin auch an die Funde da, warum das nichts bringt. Ja, es hat tatsächlich gestartet. Mensch. Es hat nur gedauert. Beziehungsweise es hat einen Neustart gebraucht. Ja, das Quest ist halt jetzt im Arsch. Du könntest neu laden vor dem Punkt, aber... Na, dann müssen wir ja nochmal den ganzen... Wann haben wir das? Das haben wir am letzten Stream. Das haben wir irgendwann... Seht ihr soweit zurück, das haben wir... Ja. Anfang letzten Stream. Anfang letzten Stream gemacht. Das ist so viel, was wir... Da haben wir beim Zollhaus das noch nicht gemacht und... Ne, das war mal... Sorry, aber... Für die eine Quest... Falls du es wieder rein schaffst, wollen wir jetzt den... Die Sache mit dem... Last Night In... Die Sache mit der Klerikerin machen... Ja, machen wir den großen Kampf. Ich würde sagen, wir machen erstmal den großen Kampf. Und dann wäre halt... Schick mir den Inwald. Und dann wäre halt... Sache mit dem... mit... 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 Kevrek. Und sobald wir Kevrek besiegelt haben, haben wir die beste Rüstung am Spiel. Herfix Rüstung ist tatsächlich so genial Du solltest eine Änderung haben Und für oft zu essen, das macht mich ein wenig aggressiv Entschuldigung Also hör nicht auf zu essen, aber auf und das Mikro zu schwatzen Essen kannst du Andere Leute bezahlen für ASMR Ja, aber genau das hier, den ASMR Macht nicht mehr als aggressiv Schau es aus, wir sind legittlich gegangen und Mol hat mich in charge Was brauchst du? Und war nicht gut, oder was? Warte, fängst du wieder was zu kaufen Bist noch nicht beigetreten Äh, doch, jetzt Schau es, Shorty Schau es doch, und du wirst schlafen Und du wirst in keinem Zeitpunkt Oh, nee Ich liebe es übrigens, dass unten immer noch steht XY hat gerade Silvanus wegen bekommen Das ist immer wieder lustig Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid Nein Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ach lol Blutzen davor Ich war noch beim Schlachtfeld Ich war noch beim Schlachtfeld eben Warte gerade noch auf dich, dass ich dann hochgehe und mal mit der Kleriker rede Na ja, wir kommen schon. Ich freue mich, dass wir ein Leichen da haben für Nicomarty, aber es wird schon. Schaffen wir auch ohne. Ja, ja, Leichen werden wir gleich genug haben. Ich nehme mal ein bisschen Alkohol mit. Cool, Doppelschutz. Wo bist du? Ich rede mit ihr. Mit wem redest du? So da drüben. Mit der Klärkerin? Sag doch, dass du in der Hand wirst. Ich dachte, du würdest daneben stehen. Ich habe gewartet, dass wir uns in Schandelsamen gemacht haben. Okay. Komm. Es müsste einer angeflogen kommen und... Und wir haben die Quest auch verpackt. Und Moody hat das Spiel verlassen. Es müsste hier ein Kampf beginnen eigentlich. Mooy. Noch anwesend. Mit wem redet Moody gerade? Internet war tot. Internet ist tot. Ich weiß nicht, ob ich da wieder anwesend bin. Du bist anwesend, aber du bist nicht im Spiel. Ja, Internet ist abgekackt. Was soll passiert sein? Was denkst du? Was ist jetzt mit Isabel passiert? Du hast mit dir geredet, aber... Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Jetzt müsste eigentlich so ein Typ kommen und es müsste ein Kampf beginnen. Bei mir ist er auch aufgetaucht, bevor das Internet sich gedacht hat, ich gehe jetzt. Ich habe keine Arbeit geleistet. Okay. Jetzt kämpf hier ohne dich gegen ihn. Fantastisch. Jetzt hat die Katzin gerade gestartet. Ich muss sie gerade wieder rein. Hallo, Isabel. Markus, ist es wie du? Was ist mit dir passiert? Ich bin in der Mitte. Du kannst dich unterhalten. Komm mit mir. Und du kannst alles in der Mitte hören, von der Katharik selbst. Nein. Es stand gerade ein Schrank vor der Tür. Es gibt doch nicht durch. Wieso soll ich dich nicht durchziehen? Wie bist ihr schon im Kampf gefühlt? Auf geht's, machen Platz. So. So, hier, friff das. Du bist dran. Ich weiß, ich helfe mich erst mal selbst. Moment. Die Musik ist gerade extrem laut. So sieht das aus, wenn man eine Krippe trägt. Jetzt ist die Musik zu ruhig für den Kampf. Ah, das ist betäubt. Du meinst. Natürlich ist er betäubt. Und der ist gleich tot. Ja. Dann haben wir noch die geflügelten Haare und Schrecken. Ach, die sind... Das sind nur ein paar Dämonen, das steht. Gut, klar nach. Fehlschnack. Perfekt. Ich bin aber im Discord schon noch zu hören, oder? Ja, bist du. Gut. Ich war unsicher. Okay, jetzt haben wir noch Begleitung. Alles gut, das haben wir noch zugestochen. Er ist nicht fast gut. Ja, cool. Isobel jetzt auch. Das ist nicht gut. Ihr sollte nicht sterben. Heil sie einfach. Ich kümmere mich um die drei Jungs. Äh, ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig zu mir gekommen habe. Weil da stehen genügend. Du stehst neben ihr. 20 Heilung. Okay, ich kann da aber nicht mal angreifen. Schade. Ich weiß. Und? Ich kann ein... Ich kann ein... Ich kann hier... Auf ein Jahr... Auf... Geben. Okay, was passiert hier? Oh lol, er ist auch da. Okay. Er ist offensichtlich auch da. So. Komm nicht fest, haben wir verpackt. So, schätze. Ja, es ist fest. So, ich kann nicht kommentieren. Nicht kommentieren. So. Interessante Draufsicht auf mir. Das ist hier gerade ein Querschnitt von der Taverne. Ja, das hier ist alles ein bisschen sehr buggy. Warum ist alles Fyra ohnmächtig? Ein klitscher Treffer. Und warum kämpft seine Majestät nicht mit? Tja. Oh nein, er ist nicht mehr betäubt. Äh, ja, er hat aber seinen Terminal-Stick. Das ist der ganze Punkt von betäuben. Er hat NL-Spiel. Ja, das kriegen wir dann auch noch weg. So, dann gucken wir, ich bekomme die drei Jungs. Uh, da habe ich einen Vorteil drauf. Ja, das kriegt jetzt nicht recht. Das müssen wir nur noch auf die anderen, alle machen. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich frage mich, ob ich heute noch angreifen darf. Vielleicht nicht. Nicht bei einem Mönch. Nicht mit einem Mönch entziehen. Nee. Aber da unten sind noch Leute. Vielleicht kann ich da mal hin. Du bestützt gefälligst die Kerikerin. Oh, die schafft das jetzt, wo der Markus tot ist. Also, dem kommt Verstärkung. Ja. Übrigens, ich glaube, Yahira ist mir in dem Kampf gestorben. Noch lebt sie. Die gesamte Story, ja, was die ganzen Sachen lustig gemacht hat, weil sie ist wichtig gekracht, da ich konnte dann die Storys nicht mitnehmen, weil sie war offensichtlich für alle anderen noch da und alles hat trotzdem irgendwie geklappt. Warum habe ich keine... Verdammt. Keine wilde Magie? Deshalb. Nicht schlecht. Die Vergeltung ist gut. Na, Mei Charmer. Solide. Was macht sie da? Heilen. Und vor den Sumpf abhauen, damit wir das tun können. So. Ich bin nicht weg uns, weil ich weiter. Wir haben null Verluste bisher auf unserer Seite. Das ist ja richtig gut gewesen. Vielleicht kann ich hier nichts tun, so ein Scheiß. Du musst die Runde skippen. Du bleibst in der Nähe und beschützt. Und Äpfel? Es sind eh nur noch drei Gegner. Ja, wir haben den Kampf perfekt gemacht. Kannst du hier unten noch was machen? Du kannst da noch die drei Gegner ausschalten. Am besten ohne einen der Freundchen zu töten. Ja, ist mir auch gerade klar geworden. Die Feuerwehr wäre jetzt äußerst scheiße. Dann darfst du vorstehen. Let's go. Ah, da kommt einer hoch. Zweier. Ja. Lebt ja ihrer noch. Ja, die ist unten in Panther-Form. Ach, die ist der Panther. Der geht soweit gut. Ja, ja. Hab ich eigentlich auch noch meine Zielgestalt? Natürlich. Du hast sie nicht benutzt. Ich seh sie grad nicht in der... Ach so, ich hab hier noch mehr. Ach so, ich seh sie nicht. Ähm. Du hast einen Mondstrahl. Da war einiges verdeckt. Ich... Hier, Dämon, frisst die Verachtung einer Mutter. Aha, die Verachtung einer Mutter. Die Hexenzwecke, ich werf sie jetzt endlich. Natürlich Erwohnung. Aha. Hier, gebrochene Versprechen in deinen Gesichtern. Gut, ich schau dem ganzen mal zu. Der Rest ist für die NPCs. Wenn sie ihnen irgendwas leisten würden. Ja, Karla ist wieder dran. Ja. Bis dahinten komm ich wahrscheinlich nicht. Nee. Lass den Rest einfach die NPCs machen, würde ich sagen. Oder so. Schließ doch nicht auf die. Lass es. Du musstest dir unbedingt einen Kill nehmen. Wenn er wirklich den Parasite in diesem Korps brummt mit potenzieller Magie. Nein, nicht looten, nicht looten, nicht looten, nicht looten. Warum? Was verboten ist. Markus hat mit uns seit dem Beginn. Sie haben uns das ganze Zeit vertreten. Ich darf ja wohl den Typen, der uns angegriffen hat, looten. Du bist der Target, Isabel. Sie wissen, wie wichtig du bist. Aber sie wissen nicht über dich. Kaderick wird wieder aufgerufen. Wenn man schnell genug ist, dann ist das noch nicht auf groß. Jetzt habe ich da direkt aufgeklickt. Das ist die Sache, die du lernst, wenn du den Kampf so oft verkackst und ihn halt tötest. Wir sind in mehr Gefahr, als ich wusste. Wenn etwas passiert bei mir. Jeder in diesem Inn ist tot. Wie das. Wie was? Jeder in diesem Inn ist tot. Ich habe alle gerettet. Ja, sie ist einfach ein bisschen durch. Du bist die Schlüssel zu allem. Wenn ich erst kräftiges Kopf habe, werdet ihr wieder sicher sein, wenn ich das noch mal höre, das kenne ich gar nicht oft genug hören. Kein Merz, für Catherick wird nichts an dir haben. Endlich das. Vielleicht sollten wir noch jemanden fragen. Wir müssen jetzt noch die Kneipe machen, Moni. Dann können wir auch noch die Typen verprügeln, also Nekomenza. Ich muss weiter gehen. Warte, ich muss mal hier noch mit Catherick hier reden. Ich geh schon mal nach Raidwyn. Ich mach das umgekehrt nach. Ja, dann mach man das noch, dann kann Nolan umschluss machen, weil der Chartempel gedauert. Hm. Zuvor wollen wir uns in den Mondaufgang führen, wollen wir auch noch nicht rein? Ne, wir machen erst... Wir machen erst mal scharf für den Loot und dann das außerdem... Wollen wir eigentlich Shadowheart mitnehmen in den Chartempel? Wieso? Ist ihre Göttin. Ich meine, wir haben mit ihr gar nichts zu tun, aber das hat sie doch statt, wie sie zu wissen. Ich weiß, wir haben mit ihr gar nichts zu tun, aber das hat sie doch statt, wie sie zu wissen. Wenn du Astario dafür da belassen wirst... Na ja, der kriegt halt sein Zeug nach... Seine Beluchtung nach Abschluss der Quäse, kann ich nicht da lassen. Also, gerade auch wenn ich nicht gegen Schattenherz tauschen. Da steht fest. Okay. Wollen wir sie vor aus dem Lager schmeißen, bevor wir das machen? Ne, die geht ja dann automatisch. Ja, lassen wir... Geht von aus eigenen Stücken. Da wollen wir doch nicht hin. Du kannst jetzt aber schnell reisen, da drüben hin. Du kannst jetzt aber schnell reisen, da drüben hin. So. Ich meine, den Dialog mit dem Fetten. Ähm, mit Rogue-Kanz nämlich, ähm... Ja, wir kannst... Vielleicht schaffen wir es ohne Kampf, weil der Kampf ist schon ein bisschen... Ich hätte... Auf den hab ich grad keinen Bock. Ne, Kampf gegen den Fetten. Wie gesagt, den Kampf kriegst du mit nem Rogue relativ easy hin, weil dann musst du das Zeug nicht saufen. Es wird nicht schwerer und so weiter. Aber du kannst den Kampf... Oh, du kannst das... Du kannst das auch... Du kannst ihn auch dazu überreden, sich selbst zu Tode zu saufen und... Und nichts davon zu trinken. Das ist ja der... Das ist ja der Weg, das ist ja... Du musst ihn nicht bekämpfen, du musst das Ding auch nicht trinken. Ich weiß, das... Hab ich doch gerade gesagt, das hast du als Rogue sehr viel einfacher. Auf uns Gespräch. Ich geh schon, Moment. Wo ist der Fette? Da vorne an der Bar. Nein... Da hinten ist der Fette. Setz dich einfach an die Bar. Schön. Ich setz mich an die Bar. Kallach. Ich hör mal zu. Kallach hat ein Gespräch begonnen. Ich gehe zu. Ich gehe mal zu. Ich gehe mal zu. Du kannst es antäuschen, das zu trinken und es ist mit Fingerbettigkeit. Du und ich beide, du bist ein guter Mensch. Mönch-Rettungswurf, ne Fingerfertigkeit, du musst vortäuschen, den Schluck zu nehmen. Ich gucke gerade, ja, da habe ich sehr viel bessere Punkte. Und ein Vorteil und... Und ein Bonus von mir. Ja, wollte ich gerade sagen. Fucking hell. Wow. Aber trotzdem, Boni, ja, 17. Oh Gott. Der Bonus war mal sinnvoll. Der Bonus hat dich gerettet. Soviel dazu, der Bonus schafft das. Ich glaube, du musst das dreimal schaffen. Ja. Ja, ja. Warte mal kurz. Mach mal was sehr sinnvolles. Oh, du sprecherst. Und wenn du einen neuen Laden fürn, falls du es verkehrst. Und wenn du einen neuen Laden fürn, falls du es verkehrst. Das ist jetzt relativ egal, was du machst. Ja, aber die Bewerfer sind alt. Irgendwas musst du ihm mal erzählen. Ja, ich habe vergessen, dass das Sache ist. Ach, das wird nichts. Es wurde was. Es wurde was. Ja, ich habe es. Deshalb ist hierfür halt. Deshalb ist hierfür halt. Bade-Rewoke-Multi-Class so unfassbar gut. Ich habe es mit meinem Barbaren-Karte aber auch hingekriegt. Das war. Ich habe halt gut gewürfelt. Wahrscheinlich. Ja, muss ich jetzt auch tun. Cool. Eine 30. Und diese 30? Sprecherstand. Scamming-Funds. Was wollen wir? Noch irgendwas. Ich nehme mir ein e gramscius. Nicht, ich nehme eine e markcius. Let's kaufen. Nein! Wir können nur ein Laden. Wir haben Inspiration. Ich werde nur ein Laden. Noch nicht. Wir haben noch zwei Inspirations. Oh Gott. Soll ich reinladen? Noch nicht. Wir haben noch eine. Natural 20. Na bitte. Ich will viel trinken. Wir trinken alles. Aber besonders viel. Bravo! Ask, question, make your query, and drink once more. Ich muss 20. Ich skippe mich. Ich habe einen Kettbewerb. Ich habe einen Kettbewerb. Ich habe einen Kettbewerb, aber das explodieren nicht. Ich kann mich nicht verletzen. Ich kann mich nicht verletzen. Nein, ich bin nicht zu stark. Ich gehe in Deckung. Schade, ich habe nichts gesehen. Ich habe einen Black Screen. Ich bin noch in der Sequenz. Ich habe einen Black Screen. Ich habe einen Black Screen. Okay, ich bin noch raus. Aber er steht noch dort. Existiert noch. Jetzt nicht mehr. Er ist weggeploppt. Ich lote ihn. Und ich hole das Buch. Alles klar. Ich gehe den Loot hinten holen. Das können wir nicht. Soll ich schon mal abgeben gehen? Nein, nein. Ich mache noch kurz den Loot. Und dann passt das schon. Dann bin ich mal mit den Zombies hier. Das sieht fast nicht aus. In die Unterhose damit. Wir müssen ja noch in den Lager ein paar Kisten verkoppen. In den Lager? Ja, die Kisten die ich die ganze Zeit in die Unterhose gesteckt habe. Oh ja. Und hier ist noch ein Händler. Oh, da ist noch ein Händler. Oh, da ist noch ein Händler. Ja. Da bin ich gerade am Looten. Na, dann mach du mal. Und du hast die Tür aufgekloppt. Ich habe sie aufgekloppt. Ich habe keine Dietrich hier mehr gerade. So, ich habe alles an Loot. Na dann. Oder? Nein, hier ist noch ein verbaugener Haufen. Hier ist noch ein hübscher Schnaps. Ja. Gut, dann können wir prinzipiell gehen. Ich nehme hier noch den Elk mit. Das ist ein gutes Lager für heute. Ich schicke mal die zwei Kisten ins Lager. Ja. Wir sind ab zu... Ich glaube wir haben Checkpoints da drüben. Straft das Böse gibt das Buchtigen gewesen. Ja, genau. Ja, wir haben keinen in der Nähe, aber... Die Taverne. Ja. Ich bin schon ins Schlachtfeld gegangen. Was letzt... Ja, aber... Tja ja, aber... Wollten wir das Ganze noch... ...den Hort des Unglücks noch mal ansehen. Ja, das ist so sad. Das ist der erste Run in dem... ...dem es irgendwer mal schafft diese Scheißportalen zu verteidigen. Und das haben wir den Jungen schon getan. Mist. Müssen wir beim nächsten Durchlauf mal dran denken. Ist der nächste nicht der Dark Urge? Ja, da bin ich schon durch. Da bin ich schon in Ab 3. Cool. Also der nächste ist dann der mit Mods, sagst du. Und dann Dark Urge ist... ...Dark Urge ist der... ...is heisen tot, also... Tja. Ja, dann... Dann sagst du, der nächste ist dann der Run, wenn du Mods installiert hast, sagst du. Also für YouTube und für Twitch keiner mehr. Und dann wird das... Das wird dann... Das ist dann vorbei. Aber... Also privat hab ich noch vier Beardnahmen. Es ist vorbei... Es ist vorbei, bis die DLC releasen. Ja... Wurde auf sich hier grad lang. Achso... Ich weiß jetzt nicht, wo du... ...lang latscht. So, da oben ist der Mann. Ich möchte anmerken, das solltest du vielleicht nicht als Vengeance Paladin machen. Die ganze Situation. Da kann... Das ist eine von den Sachen, bei denen eine... ...einzelne Entscheidung schon direkt deinen Oath ficken kann. Ah, ich kann dir doch zuschauen, oder nicht? Ja, ja, da schon. Äh, der ist da drüben, oder nicht? Da drüben was noch. Ich gucke gerade. Ist es irgendwo hier? Ja. Folge mir. Wie? Ja, ich bin auch schon wieder falsch gelaufen. Ich glaube, ich hab was entdeckt gerade. Hm, ja, ich hab was entdeckt. Ah. Da oben ist er. Da oben ist er. Was für ein Vorteil bringt eigentlich Oathbreaker? Ähm, du kannst das hell wie Catholic Torm. Das heißt, Untote kontrollieren. Überwiegend das. Ja, aber das haben wir ja erst da hinzuführen. Du machst halt allgemein Angst und Böse. Aber wenn ich dir zugucke, dann passiert doch auch nicht nix, oder? Ja. Ne, ne, das ist dann meine Sache. Wir haben es. Ihr Leben. Ihr Gefühle. Beziehungsweise sie. Nächstens ist er diesmal nicht zentiert. Na, sie fliegt nicht mehr. Hast du das Bild gesehen, was sie kurz geschickt haben und über den weißen Reichen gesicht hatte? Das war die letzte System die ganze Zeit so. Das war eigentlich ein äußerst ungünstig platzierter Glühwürmchen. Kursapha. Der Raven war richtig. Wir waren zufrieden, um ihn zu treffen. Habe ich übrigens auf Samt neigebracht. Sind sie ja. Wittnes. Dich. Du, du sagst, ich werde mich verletzen. Sie. Sie ist sündig, dass ich mich verletzt werde. Dass du die Beideht. Aber ich meine einen Motivung küsst. Ich wollte mich nicht so zänen, nicht so zänen. Siemaking, dass ich mich verletzene. Dich. Ich habe gesagt, dass es nicht nichts bedeutet hat, dass Ben und Marc einfach trinken und weinen. Die schwarze Justizier hat gesagt, dass sie mit ihnen gesprochen wird. Sie hat gesagt. Die schwarze Justizier hat gesagt, dass Evelton Evelton reportieren, groß oder klein. Sie ist nicht der Typ, den du nicht sagst. Sie hat ihm eine gute Idee gegeben. Sie hat ihnen gesagt, dass sie sie gegen ihre Stimme auf der Kante von drei. Sie hat sie angefangen und nicht zu stoppen, bis sie so gesagt hat. Sie hat sie nie gesagt, stopp. Ich mache nichts, um es zurückzunehmen. Alles. Ich kann dir, glaube ich, keinen Bonus geben. Doch, kannst du. Kann ich. Du bist richtig. Ich bin ein Börder. Ein Monster. Ich sollte... ...eine sterben. ...eine sterben. Glorious. Schau. Meine Hand schlafen noch immer. Ja, aber ich bin ein Mensch. Sie hat sie nicht mehr verletzt. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Ich bin ein Wetter. Es ist es liebend, zu sehen, wie wir uns von einem Gedanken sind. Sie hat es gut gemacht. Ihr Schmerz und Angst waren zu schlafen. Hier. Für eure Services. Größe. Okay, du hast den Kralach hätten auch einen Ringplatz frei. Also wenn du den nicht brauchst. Und den Rahmen einen Bonus haben willst. Wo ist das Ding denn? Ich halte ihn nochmal nach Gewicht. Ich bin nicht empfinde gebe ich ihn dir. ich habe sie mal genotet hatte sie irgendwas sie hat ein bisschen gold dabei und ein bisschen alkohol es sind handschuhe noch einen platz dafür ja warum warum nicht leuchtkugel handschuhe werden wenn der träger gleich einen schaden bewirkt so wird zwei runden und dann leuchtbar herrn edel ist da rahmen schulter sind schon besser für die eine gleiche an attacken die saad mit zwei gleisen hat er vorher wo das sonnenstrahl ist schon relevant die rahmen schulders hatten zusätzlich ja du kannst du kannst sie außerdem anziehen rahmen beschwören ausziehen ja gut dann zurück zum last light so dann haben wir so weit ausgemacht machen wir bevor der internet noch mehr abklappt machen wir mal du hast silvanus segen erhalten hast du bist ja die händlerin das ist was ich gucke mal ob ich das ich habe sie geloatet ich habe den typ fertig gemacht ich habe sie mir verdient wo ist der drüben war noch eine schatzkiste verbuddelt wenn ich noch hoch holen ja ist doch nett dann hol sie hoch ich suche gerade in der händlerin nach dem idol in der händlerin das liegt falsch ich weiß dann können wir eventuell hier noch der halbgroße knippel hier scheiß drauf weg damit veränderter körper weg da war ein bisschen gold drin mit gestern weg damit ich rede noch ein bisschen wie den leuten in der taverne gute neuigkeit wir haben das video von savernus wieder bei uns was für ein gutes bild das noch mal auf natur und auf mit hirn umgehen ja gut das ist ja für mich als video ganz hilfreich ja erstens das und zweitens ich will dass das uns bis zu akt 3 begleitet ich will das ding nehmen und es am ende auf das älteren werfen da müssen wir mit einem treffer landen und nach drei können wir es dann noch mal verkaufen und dann wiederholen ja das sowieso dann beim nächsten mal einfach an damon weil warum nicht er kennt das ja noch von früher ich höre dass der kult euch überfallen hat klang brutal ich kann Cephlo nichts nirgends entdecken wird er auch vermisst das Gasthaus mag alt sein aber kein Todesfall ist leicht übertrieben ihr habt also all die Schwierigkeiten im Händen verpasst wie praktisch haben wir nicht alle getötet? ne das war nur die Druinen oder? die Druinen aber wie waren das mit dem ich glaube ich meine ich meine die Druinen haben beide getötet ja wir haben die Goblins getötet ich weiß dass von Lapt 1 ziemlich Mörderproben hier durchgegangen sind am Ende auch in der Cursed Lands auch in der Cursed Lands auch in der Cursed Lands ja im Absolut in der Tendel Zephyr Fros begged uns zu surrender aber sie waren toying mit uns making examples und wir hatten genug und wir hatten genug und wir hatten genug das wir uns die cut durch und wir haben das bis wir gefunden haben die anderen ah das ist vielleicht die Kult got vielleicht die Curse schämt euch nicht ihr solltet die Leute beschützen und ihr seid geflohen ja gut ich gehe ich gehe klar und und mach Pisten aufnehmen auch noch ein Kind aber ich habe mich auch Spaß und ich fühle mich im Schlag ich gehe mal in Lager 2 wenn sie auch Isabelle die ich ihre Honestheit wird dir besser als eine Charité ich habe sich in ihre Brücke und es hat uns aber kostenlos Sie haben die Honour habt mich um mit meinen Erachtens zu verabschieden Ich versuche, dass du wirst. Eine Suche, die durch eine unnatürliche Schmerz. Aber nicht das dich beschädigen. Dann sprich. Das ist der Balladmunger, ich versuche. Sie haben mich schlafen, oder mit ihnen schlafen. Depending auf die Barde. Du musst diesen für mich singen, wenn alles fertig ist. In jedem Fall, es wäre eine gute Idee. Und für all unsere Vierge, wir bleiben auf der Rückseite. Wir kämpfen, wir sterben. Und wir hoffen, dass, wenn unsere Zeit kommt, dass es jemand anderes gibt, um unser Platz zu nehmen. Das bleibt zu sehen. Kriterium Nummer 1. Mache Katharik schlafen. Kriterium Nummer 2. Überraschst du das Ding in deinem Kopf. Das ist eine gute Idee. Naja. Ich bin... Kann jemand die Dämonen, die nicht auf dem Boden liegen, wegräumen? Naja, warum? Sie sind doch ganz ästhetisch. Ich kann es auf dem Krillpacken... Oh, Krillpacken. Nee, schade. Ich denke nicht. Bringen sie mal nach draußen. Stück für Stück. Gut. Ist damit ausversehen, wenn ich jemanden angreife. Brauchst du da einen Dämonen... ähm... ...in Camp? Dann kann ich den aufleben und scamp den gegen. Nee, die sind hässlich. Ich erteile dem Callhouse-Verbot in der Taverne. Zwei Kisten sind offiziell geöffnet. Okay. Wo warst du das drinnen? Ich mach das im Lager bei uns. Ja, wo warst du das drinnen? Hab ich noch nicht nachgeguckt. Ich muss erst mal rein und wieder raus, wenn wir die Trümer weggehen. Oh, wir haben einen besoffenen Kerl da drin. Okay. Wird mal schon, ob... ...ein Flieger mit mir spielen will. Das ist dann auch falsch. Ja, Turzi. Ja, Turzi. Ja, Turzi. Ich weiß, er liegt mir schon gar nicht vor. Wir haben keine Haare von Zischen immer noch richtig. Und da gibt es trotzdem des Flieger mit drei P 나gen. Ist der Mann halt Feuer bei mir gewirkt? Aha. Ja. Ich brauche hier irgendeinen Angriff mit High Damage. Wir verdienen uns hier ein bisschen Geld. Ja, ja. Ich gehe zum Lagerzug. Ich betone nur noch ein bisschen. Das war ich, woher trage ich. Ein besoffener Kerl kommt mit. Und... Wie geht es denn dir? Und jetzt wo dein Freund Tanny nicht mehr kommt. Ich werde nicht mehr gesund werden. Ja. Also wir kümmern uns so gut. Wir können uns alle die Gesicht um kümmern. Ah, High Damage hat Tanny hier im Schattenfeld gefunden. Aber etwas stimmt nicht mit ihm. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Das ist so ein Scheiß-Trick, Mann. Ja, das nervt mich auch. Gut, wir hätten das nicht wissen können, aber... Hey... Warum macht man das dann so, dass man dort die Möglichkeit hat, den... Der nervige Junge, der dort eben ist... Ist man da nicht... Na gut, um halt die Leute, die einfach alles willkürlich töten, zu bestrafen. Ja, aber die Leute, die alles willkürlich töten, zu bestrafen, tut man schon immer da gut. Das ist das. Nein, nein, das ist kontrolliertes Trick. Das hier ist einfach nur... Willkürliches... ...Clean der Map. Ja, Mann. Aber der hätte ja auch mal kurz... Hätte man den Jungen zumindest mal irgendwie mal kurz den... ...den Namen Tanny hier irgendwie... ...droppen lassen können, oder so. Und dass das zumindest mal Hinweis darauf gibt... ...und... ...kannst du ihn jetzt töten... ...aber... ...wenn du wirklich oben mal da oben gehen willst, dann... Die Sache ist... Die Sache ist ja... Es war ja glaube ich sogar Team-Effort, oder... ...so weiter nötig, dass wir ihn überhaupt töten konnten. Weil er sich ja immer regeneriert hat. Es war schon irgendwie ein deutliches Zeichen von wegen... Hey, tötet ihn vielleicht mal nicht. Das muss man schon dazu sagen. Es ist schon... Man musste ja schon wollen, und wir wollten es. Und das includes you. Naja... Gut, haben wir das halt auch versaut. Immerhin können wir Hellsman ins Team kriegen. Uh, ja, das ist der Ring, den man Mönch braucht. Und zwar zwingend... Scheiß auf. Hast du die Tunblöcknetz? Ja, wir haben einen Immersicht-Ring, das heißt, man kann jetzt effektiv Darkness wecken. Fantastisch. Und damit permanent im Vorteil sein, was mit den Sneak-Attacks bedeutet, im Nahkampf bin ich quasi unbesiegbar. Ja. Perfekt. Ja. Das heißt... Hey, ich kann mein ganzes Werfzeug... Nein, ich will nicht den Tag verenden, danke. Ich kann mein ganzes Werfzeug doch der Händlerin reinschmeißen. So machen wir dann vielleicht Schluss, oder? Ja, ja, ich verkauf noch kurz meinen ganzen Schwachsinn, den ich ja jetzt nicht mehr brauche. Ach, da bist du. Ja, ich geh zur Quartiermeisterin. Du, erfolge einfach der Spur an, Sylvanus Segen. Nee, ich steh hier in der Taverne. Ja, ja. Ich spiele noch ein bisschen Musik. Ich verdiene uns ein klein wenig, was dazu unterteilt sind, Leute. Ja. Weißt du was, als Highlight zum Abschluss werde ich noch die ganzen restlichen Hexentränke trinken. Viel Spaß dabei. Einfach zum Gucken, was passiert. Nee, ich will den Screen. Ist doch ganz unterhaltsam. Einfach mal gucken, was die ganze Scheiße macht. Weil Hexenmagie ist fucking weird. Dann stell dich hier neben mich. Hab ich vor, ich verkauf jetzt grad meinen ganzen Schwachsinn. Manche von denen sind durchaus positiv. Ich weiß, aber... Wir werden sehen. Ich finde es zwar gut, wie sich dieses... Wie sich das Down, Down by the River im Soundtrack permanent wiederholt. Und es gibt so... Wenn man wirklich drauf achtet, gibt es so... In jedem... Nicht in jedem, aber in vielen Tracks... Diese... Diese... Diese Tonabfolge. Dieses Down, Down, Down by the River. Dieses... Das wiederholt sich... Das ist irgendwie so ein bisschen die Grund-Team des Spiels. Möglich. Kann man schwer sagen. Bei die Macht auf jeden Fall. Und auch bei den... Bei manchen Battlemusiken gibt es das auch so... Gibt es die epische Version davon. So, ich habe den ganzen Schwachsinn verkauft. Dann komme ich jetzt mal zu dir und trinke die restlichen Hexentränke. Mach das bis auf dich. Und gucken ob... Ja, wer weiß, vielleicht bringt einer von denen mich um. Ich muss nur einmal gucken. Kein Geld dafür. Schade. Hat auch hier. Ich muss nur gucken, ob die Geworfenen noch da sind. Ein Gurtstück. Schade. Dass du die Kriegstrommel und das ganze Zeug nicht geklaut hast hier oben. Kriegstrommel. Also die man mitnehmen kann. Die Laute hier. Die Handtrommel. Kriegstrommel. Ja. So. Du kannst es auch noch verkaufen. Du hast nur noch Instrumente. Ich will, dass die mit mir steht hier. Das ist nie los. Na ja, bitte. Hä? Du hast es unterbrochen. Nein. Du kannst nicht so gut spielen. Nö. Aber ich trinke jetzt Hexentränke. Viel Spaß. So. Vermisst daraus Tiere. Okay. Du siehst Banks nicht aus. Tugbild. Tugbild. Tugbilder von Spinnen. Oh Gott. Ich sehe es leider nicht. Ja, natürlich nicht. Das sehen wir ich. Und wie sieht es aus? Extinct. Tugbilder von Spinnen. Gut. Verlorene Zeit. Da passiert gerade wenig. Das ist glatt. Da passiert gerade wenig. Das ist glatt. Da passiert gerade wenig. Das kann ich reagieren. Schön. Also optisch passiert gleich nichts. Ich weiß. Ich bin einfach sehr langsam geworden. Steingherz. Das ist gegen Giftschaden. Uh. Mhm. Okay. Hätt ich das mal vorher gewusst. Nutzig. Blutend. Was hast du getrunken? Schmetterlinge im Bauch. Ich habe offensichtlich Schmetterlinge im Bauch. Du hast das wirklich genommen und hast tatsächlich Schmetterlinge im Bauch. Vettelmagie. Das ist was sie tut. Ja. Ich habe nicht gespeichert. Alles gut. Aber du bist der einzige Gegner der zu besiegen ist. Wir müssen nicht die anderen. Ja. Ich habe keine Kontrolle. Okay. Töten wir dich. Ja. Töten wir bloß. Ja. Du schwebst über uns. Ja. Ich weiß. Ich habe keine Kontrolle. Ich weiß. Wie du tötest jetzt. Ja. Wie du tötest jetzt. Ja. 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 Ich habe vorher nicht gespeichert. Ich weiß. Das ist super. Ja. Großartig. Ich hoffe wir schaffen es dich zu töten. Das ist bezweiflich stark aber. Holy shit. Das ist großartig. Das ist die Nummer und ich. Ich hoffe du tötest keinen. Ich auch nicht. Ich komme nicht an dich ran. Ich weiß. Ich weiß. Der Mönch ist zu agil. So gelähmt. Das ist erstmal gut. Du bist jetzt gelähmt und wirst alle gemacht. Ich hoffe es. Jetzt kriegen wir doch noch einen ordentlichen Kampf. Das war das Rauchpulver. Das ist der wahre. Du bist der wahre Buzzfight heute. Das war das. Fantastisch. Ich liebe ihn. Das Rauchpulver fast. Es gibt keine schlechte. Und du bist tot. Es gibt keine schlechtere Möglichkeit. Als sie jetzt hier dieses Ding zu trinken. Warte mal kurz. Ich muss eins tun. Schau. Du weißt dass er jetzt wieder nochmal gewesen wäre. Naja egal. Ist dein Geld. Das war die Strafe. Holy shit. Ich lasse dich erstmal dort auf dem Lappenschirm liegen. Bis zum nächsten Mal glaube ich. Ich möchte auch über 4. 2. Ich find es gut wie. Jetzt ist die Situation in der du sowas benutzen kannst. Das war groß. Es haben aber alle überlebt. Bis auf du. Ich find es gut wie du dort liegst. Ich find es gut wie du dort liegst. Das sollte erstmal so etwas helfen. Das ist jetzt mal. Es ist fantastisch. Also erstmal noch schön in der Taberna anfangen. Ich werde jetzt diese Tränke die ich von einer Hexe geklaut habe trinken. Mal gucken, was passiert. Du bist mal meine lange Rast und lass dich dort liegen. Dass einfach fucking Bomben sind. Schnellreise ist derzeit nicht möglich. Ich liebe es auch, wie effektiv das war. Schön. Na gut, jetzt kann jeder, der sich... Schnellreise ist derzeit nicht möglich. Ich hab grad ein bisschen Problem. Ich kann ins Lager. Nee, du bist tot. Der andere. Der Vampir. Ich kann grad nicht schnell reisen. Aber die sind noch nicht gegen mich, die waren nur gegen dich. Apropos, ich heil dich mal ganz kurz hier. Ach schade, du saßt da... du warst... du bist ein schöner Deckendeko. Eine Taverne. Alles gut. Wirst du nicht zurück, oder was? Ich... ich weiß nicht, wie viel Geld hat er? Ach, er hat genug. Ich könnte, aber das machen wir nächsten Stream. Das war ja genug Abschluss des Streams, würde ich sagen. Ja, das war... das war fantastisch. Ich liebe es. Ja, du. Ja, du. Was hätte bei Kuss das wahnsinnig wohl passieren können? Hm. Ich kann aber nicht... Ich kann nicht... Schnellreisen derzeit nicht möglich. Ich kann keine Last machen. Kannst du mal mit das darin versuchen? Ich kann ins Lager. Ich bin auch im Lager. Ja. So, um Grund kann ich grad nicht schnell... Kann ich... Kann ich... Kann ich keine... Dann bewegt dich... Ein bisschen. Ich bin im Lager, aber ich kann keinen Tag nicht beenden. Speichern... Schnellreisen derzeit nicht möglich. Ich bin im Lager. Ich bin im Lager. Jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich. Ich mach mal. Was ist denn der Mist? Schnellreisen derzeit nicht möglich. Was soll denn der Mist? Keine Ahnung. Du musst dich erst zurückholen oder was? Das war doch auch möglich ohne... Ich höre nicht. Schnellreisen, Kinder. Nein. Nein! 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 Entschenk! Sie hören nicht? Wo die Glocke kreiert, der Räume, der Glocke kreiert, der Glocke kreiert, der Glocke kreiert, der Glocke kreiert. Sie sind tot! Ich kann es nicht! Balance! Deine sehr Seele ist in der Schadung. Arabella's Magik, wilde als kerstes Breyer. Ihr Talent ist nicht so. Die Mädchen muss lernen, die Wäsche des Arcades. Ach nein, ich bin tot. Ich wollte dich gerade auch verstehen lassen, aber hm. Jetzt bist du Doppeldroide, schön. Warum nicht? Ich schicke sie nicht alleine los. Ja, ja. Ja, komm. Du machst mich weg. Schau dich nicht, Frau. Die Wäsche weiß dein Ziel. Es wird dich guiden. Wenn du dich hörst. Betrohe Nazareth, wenn er sagt, dass es dein Wäsche ist, dass er es auch tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte eine andere Wahl. Ich zwinge dich nicht zu gehen. Okay. Was zum... Ist das mein Zukunft? Ist das, warum sie sterben? Es ist. Es ist wunderschön. Danke, Bowman, für dich nett zu sein. Wenn es Leute wie du herum gibt, vielleicht wird alles gut sein. Alles gut. Betonung. Was kannst du jetzt? Nazareth hat Arabella dazu ermutigt, mehr über das Gewebe zu lernen. Sie ist gegangen, ihren... ihren eigenen Weg in die Welt zu finden. Du bist Krimpisch-Belgium. Okay. Ich halte mich selbst. Nur mit der Anzeigen. Was? Ich habe einen Ring erhalten. Schattenklinge. Indusionszauber des zweiten Grades. Du will ich nehmen. Schattenklinge. Mhm. Habe ich eigentlich nicht gekriegt? Wenn du eine Kreatur heisst... Das wird jetzt Treffpunkte. Könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Dann nimm es. Oh, ne, ich habe jetzt Arabella. Den Ring hatte ich vorhin. Oh, schon vorher. Jetzt wird sich Arabella das Schatten verstricken. Okay. Als Attacke. Zweimal jetzt. Überall gut. Ach du. Woher habe ich den Ring? Schattenklinge. Ich weiß es nicht. Gib ihm. Gib ihm mal das Tavion. Er kann einen ordentlichen Ring brauchen. Ja. Ja. Du musst mal bestätigen. Beende den. Beende den. Tag. Ich kann nicht. Warten auf andere Spiele. Also. Beende nochmal und starte nochmal neu. Ich habe keine Meldung gekriegt. Mhm. Fantastisch. Okay. Bei mir gehts. Was zum. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht. Kannst du es mal versuchen? Ich auch nicht. Ja, gerne. Ja, ich kann. Was? Ich konnte gerade kurz. Jetzt? Ja, jetzt gehts. Okay, schnell drücken. Puh. Jetzt hast du 80 Jahre Vorräte ausgeben oder was? Nein, 100. Perfekt. Schnell aufhören bevor der. Bevor die. Bevor das Spiel noch mehr verbracht wird. Oh. Kratzer hat angefangen zu erhöhen von deiner Musik. Ich möchte mal wissen wie die beiden reagieren. Moment. Kratzer wills. Ah ja, gar nicht. Schade. Aber Kratzer findet es scheiße. Ich glaube sie auch. Moment. Ja. Ja. Kratzer. Ah. Schade. Na komm Kratzer. Das machen wir besser. Ich will beenden. Okay. Dein schlechtes Auftreten tut meinem nichts zur Sache. Nö. Du machst mir sweat. Zuerst. Das ganze Lager kommt. Geht weg! Ja, wir machen alle unterschiedliche Musik. Jetzt musst du auch noch spielen. Ich versuch's. Warum kann er nicht schlecht auftreten? Weil jetzt ist nicht schlecht aufzutreten. Ach, Stefan weigert sich schlecht aufzutreten. Ach, Stefan weigert sich. Verständlich. Und er geht einfach. Typischer Starin. Ja. Er hat den Haufen gesehen und hat gesagt, Ja, gut. Na dann. Wir sind dann prinzipiell zurück, muss ich sagen, für heute. Haben wir jetzt auch 4 Stunden 30. Das war echt. Hast du jetzt Hund noch mal angegriffen? Nö, ich hab dir den Schaufel in den Kopf geschmissen. Hast du noch einen Trank von dem Wahnsinn? Ich bin hier im Camp. Ja, warte. Hast du noch so einen Wahnsinns-Trank? Dann kannst du noch mal. Ich hab eh gespeichert. Nö, Moment, ich kann aber folgendes machen. Ah ja. Ah, das Ziel darf kein Verbündeter sein. Schade. Guck mal, was hier auf dem Boden ist. Ja, mal ein bisschen. Ja, ja, du. Oh, ich bin mirlder. Sie darf kein Verbünder sein, oah. Man nennt das Training. Bis mich jetzt drücken, oder was? Ich mein, du hast gespeichert. Den Geld ist weg. Ah, shit. Haus gewinnt gegen Schwert. Weil ich nicht richtig angegriffen habe. Du heilst mich um doch mal zu töten. Ja, fantastisch. Nö, ich habe einmal nachgetreten und heile dich dann. Verdammt, Snide. Ich wollte gerade in dem Moment weg Shadows treffen. Okay, ich kann keine Tat ausführen. Ich bin tot. Jetzt aber vermutlich. Ne, ich bin tot. Wieso bist du instant tot? Tja. Du hast gespeichert. Ich habe gespeichert. Warum zum Fick bist du instant tot? Ich steig verschwindet. Ja, gut. Ich glaube, wir werden nachdem früher das Spiel. Besser als. Ich habe gerade neu geladen. Aber. Ich bin schon raus. Oh Gott, sowas. Gut, ich muss dann noch warten, bis es neu geht. Scheiße. Es hat gestürzt. Dann würde ich mal sagen. Dann können wir halt nicht im Start. 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 Screen nennen können. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitspielen. An Modi. Das war gegen Ende noch sehr lustig. Ja. Haben wir einiges geschafft, Leute. und einiges nicht geschafft. Mhm. Na dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis nächste Woche vielleicht. Gut. Na dann. Dann schicke ich euch. Wird mal aus diesem Screen. In der Endcard. Oh. Da geht's. Trotzdem. Da noch reichen. Ich werde kurz gehen. Und dann schaue ich noch. Wo ich euch noch hinwenden kann. Und da sehen wir uns am Montag wieder zu Kontrabantpolice. Da wird am Grundgrenzposten. weiter gemacht. Was haben wir denn hier. Die Auswahl sollte. Naja. Haben wir vielleicht irgendjemanden. mit dem. Da bei los geht. Na ja. Dann sind wir in. Da ist alles gut. Schauen wir mal gleich, oh ne, ich glaube das ist schon weiter. Jetzt gehen wir mal was, was noch nicht nachts 3 ist, so ab in den Endcard, ab in den Hauptmenü, und dann schauen wir mal. Hier spielt man Dark Urge, das ist doch nicht schlecht, 8-1 Dark Urge, das klingt doch vielversprechend. So, na dann. Verpackte, verpackte Stahl, Start, ok. Ja, wird Zeit das Spiel, das Spiel und den Spiel zu wenden. Und dann, ab in den Karten und ab in den Reads. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020